Kapitel 2 Jander Der Richter ist aufgestanden und hält ein Blatt Papier, acht Monate bedingt auf drei Jahre. Das Wort bedingt ist ein schlechter Witz, weil ich fast ein halbes Jahr auf Tiefhandlung gewartet habe. Der mir zugeteilte Verteidiger hatte eine unbedingte Verurteilung, die sein ausgesprochenes Ziel war, nicht geschafft. Eine bedingte Verurteilung würde Ihnen drei Jahre nachhängen, war einer der ersten Sätze, die er an mich gerichtet hat. Entlassen worden wäre ich bei unbedingt nach sechs Monaten U-Haft, wahrscheinlich auch sofort. Jetzt hängt es mir eben drei Jahre nach. Mein Verteidiger in Strafsachen, ein kleines, dickes Männchen mit einem Sprachfehler, er kann kein S sprechen, hebt die Schultern. Ich hebe meine auch. Die Position und die Nicht-Position Draußen. Es ist Mitte August. Jander ist schon ein paar Stunden unterwegs. Womit zuerst anfangen? Die Straße hier kennt er nicht. Ein langes Auto hält neben ihm, ein Ausländer mit Strohhut fragt Jander nach einem Hotel, das ganz in der Nähe sein muss. Jander sagt gar nichts, bedeutet dem Ausländer, dass er keine Ahnung hat und geht weiter. Er überlegt, er muss überlegen. Zuerst braucht er einmal möglichst schnell eine Arbeit, eine Stelle. Dabei hat er nicht einen einzigen Groschen in der Tasche. Eine Frau mit Bernhardina zieht zwar ihre Stirn in Falten, gibt Jander aber ein Fünf-Schilling-Stück aus ihrer Ziehharmonika-Geldbörse. Jander freut sich darüber. Am liebsten würde er die Frau und die geschenkten Fünf-Schilling gleich zu einem Cola einladen. Jetzt steht er vor dem Hotel, nachdem der Mann mit dem Strohhut gefragt hat. Beim nächsten Zeitungsstand kaufte er sich eine Zeitung von heute. Damit ist die Hälfte der Fünf-Schilling schon verbraucht. Der Mann im Kiosk legt Jander die Retour-Münzen in die Hand. Der Mann schaut blass aus, findet Jander. Ein paar Gassen weiter weiß Jander wieder Bescheid. Er erkennt die Gegend. Vor dem Bahnhofsgebäude setzt er sich auf eine Bank, die eigentlich für erwartende Taxilenker reserviert ist. Einer will ihm auch offensichtlich recht entschlossen auf diese Fehlverwendung aufmerksam machen, obwohl er bei einem Diesel-Bujo steht und gar nicht die Absicht hat, auf der Bank Platz zu nehmen. Ein anderer Fahrer hält ihn zurück. Jander schaut die Stellenangebote in der Tageszeitung durch. Zuerst Gastgewerbe, dann diverses Personal, gewerbliches Personal, Verkaufspersonal. Eine Arbeit im Gastgewerbe traut Jander sich im Moment immer noch nicht zu. Unter diverses Personal werden nur Fotomodelle weiblich und von verschiedenen Firmen Prospektverteiler gesucht. Zettelverteilen hat Jander schon einmal probiert. Er findet endlich zwei verschiedene Stellen für Hilfsarbeiter und merkt sich die Telefonungen. Ganz in der Nähe ist auch eine Stelle als Wurstverkäufer frei. Unter zu besten Bedingungen. Auf dem Klo im ersten Stock ist eine Jugoslabe in dunklem Sago beim Automat mit Rasieren beschäftigt. Er hält Jander den summenden Apparat hin, weil ihm sein eigenes Gesicht schon glatt genug ist. Jander wartet mit dem Rasierer in der Hand ab, bis der Jugoslabe das Klo verlassen hat und hängt den Rasierer zurück. Im Spiegel über der einzigen Waschmuschel betrachtet er sein Gesicht. Er schaut blass aus. In der Halle ist es viel kühler. Jander wischt sich das Wasser von der Stirn, bevor es kalt wird. Der Jugoslabe steht bei einem Fass und trinkt ein Bier. Als er Jander bemerkt, hebt er die Hand wie ein Volksschüler. Jander schaut an ihm vorbei, zur Bahnhofsuhr. Einer, der neben Jander steht, reißt plötzlich seinen Mund auf, indem er Vampirzähne aus Kunststoff hat. Er klappert mit seinem billigen Scherzartikel. Was ist, sagt Jander? Der Mann sagt, Fasching. Es ist Mitte August. Der Fleischhauer, Schachinger heißt er, sitzt auf einem Drehhocker hinter der Wurstwaage. Er steht auf und legt schon ein dünnes Papier auf die Waagschale. Ich komme wegen der Stelle, sagt Jander. Aha, ach so, sagt der Fleischhauer und setzt sich wieder. Ist die nicht mehr frei? Jander bleibt unter dem dreibeinigen Luster stehen, von dem ein Fliegenfänger herabhängt. Frei ist sie schon, sagt der Fleischhauer, der seine Arme verschränkt. Aber ich kann Ihnen im Moment noch nicht fix zusagen. Wenn sich bis um sechs eine Frau meldet, kriegt natürlich die die Stelle. Verstehen Sie? Jander versteht. Bisher hat ja auch meine Frau, redet der Fleischarbeiter, den Wurstverkauf übergehabt, müssen Sie wissen. Er zeigt auf die Todesanzeige mit dünnem schwarzen Rand, die neben einem kolorierten Kuhbild mit Spruch hängt. Liebe Kunden, lasst euch sagen, die Knochen müssen den Ochsen tragen. Darum lässt künftig das resonieren, wenn euch die Knochen beim Fleisch genieren. Können Sie am Abend doch einmal vorbeischauen, will der Fleischhauer wissen, der offenbar nicht sicher ist, ob sich eine Verkäuferin auf sein Inserat melden wird. Wollen Sie sich so lange gedulden? Jander nickt. Wohnen Sie wenigstens in der Nähe? Jander erschrickt über die selbstverständliche Frage. Na, was ist, sagt der Fleischhauer, der jetzt wieder steht und sich mit beiden Händen auf die steinernde Platte des Verkaufstisches stützt. Jander nickt weiter. Oder wohnen Sie im Park? Nein, sagt Jander bestimmt und zieht die Tür auf. Den Meldezettel nachher nicht vergessen, ruft ihm der Fleischhauer nach. Ohne Meldezettel gibt's nirgends eine Arbeit. Der Fleischhauer setzt sich wieder hin und berührt die Zeitung, in der heute zwei von ihm aufgegebene Inserate abgedruckt sind. Er sucht Verkäuferin und Frau. Wieder im Bahnhofsgebäude. Jander ruft bei seinen Eltern an. Da ist besetzt. Eine Studentin, jedenfalls behauptet sie, dass sie eine Studentin ist, zieht ihn in einen Winkel und will ihm ein Brustbild von ihr verkaufen. Um zwei Schilling aber nicht. Bei den Eltern ist immer noch besetzt. Jander geht zur nächsten Straßenbahnhaltestelle. Die Mutter ist an der Wohnungstür. Sie öffnet nur langsam. Jander stellt den Koffer neben dem Schirmständer ab. Die Mutter zögert bei der immer noch offenen Tür. Der Vater kommt aus dem Wohnzimmer ins Vorzimmer. Er sagt, ich habe mir gedacht, dass du bei uns auftauchen wirst. Jander zieht seine Schuhe aus. Der Vater hält ihm eine aufgeschlagene Zeitung hin, die neben dem schwarzen Telefon gelegen ist. Das Telefon steht auf einem gehäkelten Stern. Da sagt der Vater, alles drinnen, du Trottel. Und mit vollem Namen. Mit vollem Namen wiederholt Jander und setzt sich auf seinen Koffer. Das verstehst du natürlich nicht, sagt der Vater. Schon lauter. Nicht wahr? Das kannst du wahrscheinlich nicht verstehen. Willst du nicht. Hast du nicht die Absicht? In allen Zeitungen ist es. Er nimmt dabei noch zwei andere Zeitungen, wirft sie auf das Vorzimmerlinoleum und geht wieder ins Zimmer. Die Mutter sammelt die Zeitungen ein und geht hinter ihm her. Ich brauche mein Zimmer für ein paar Tage, sagt Jander bereits auf der Sitzbank im Wohnzimmer. Jetzt auf einmal, sagt die Mutter, von deinem Zimmer kann außerdem keine Rede sein. Die Großmutter sitzt im Foteu und schaut auf den Teppich mit den Fransen auf der Seite. Für das Kämmern der Fransen hat Jander früher einen Schilling verdient. Ich fange eine Arbeit an, erklärt Jander schnell. Er sagt das, um die Lage zu beruhigen. Wo, sagt die Mutter. Wann? Wer nimmt dich denn? Ich muss erst anrufen in der Früh, sagt Jander und nimmt die Formulare zum Anmelden für die, die zwei Schilling gereicht haben, aus einer Jacke. Unterschreibst du die Meldezettel? Bestimmt nicht, lehnt der Vater ab. Ich brauche aber einen Meldezettel, wenn ich eine Arbeit anfangen will. Jetzt unterschreibt der Vater. Wo willst du anfangen, fragt er. Vielleicht wieder bei der Gemeinde? Nein, bei der Post kann ich dich jedenfalls nicht mehr unterbringen. Ich weiß, sagt Jander. Die Mutter richtet zwei Wurstbrote für Jander her, während der Vater den Fernsehapparat auf die Nachrichtensendung umschaltet. Die Großmutter dreht ihren Foteu zur Bildröhre. Gib ihm lieber kein Bier, ruft der Vater in die Küche hinaus. Das steigt ihm in den Kopf. Bevor Jander etwas sagen kann, schiebt er sich selber das erste Wurstbrot in den Mund. Die Mutter stellt ein Donnig auf den Tisch. Jander isst, geht ins Badezimmer und setzt sich wieder auf die Bettbank. Im Fernsehen ist ein Wirtschaftskommentar. Der Vater schaut Jander an und grinst. Er hat sich schon ein Bier bringen lassen. Du verstehst sowieso nichts, sagt Jander. Freilich, sagt der Vater. Gar nichts hast du verstanden. Das war nämlich gerade gar nicht zu verstehen. Das ist extra so gemacht, dass du es nicht verstehst. Ich kenne mich aus. Einen Dreck. Die Großmutter mit dem Lautsprecher am Ohr bekommt nichts von den Gesprächen mit. Ein altes Gespräch. Eines ist sicher, sagt der Vater und nimmt jetzt selbst fast eine Kommentatorhaltung ein. Der Kommunismus kommt. Die Mutter nickt eifrig. Das spüre ich, sagt er. Aufwachen werden wir. Und der Russ ist wieder da. Über Nacht ist er wieder da. Der Angriff wird sehr schnell kommen. Die Weisheit hast du auch auf dem Fernsehen? Ich kann immer noch selber denken, sagt der Vater. Du hast doch von nichts eine Ahnung. Der Vater sagt, halt den Mund. Er beendet vorläufig das Gespräch und schlurft um sein nächstes Bier in die Küche, weil im Fernsehen die Kulturberichterstattung anfängt. Er schaut sich den Wetterbericht an, dann dringt er hastig weiter und schaut immer wieder von seinem höheren Sessel zu Jander hinüber, als ob er von seinem Sohn verfolgt werden würde. Du spuckst auf uns, sagt der Vater, nicht? Jander sagt nichts. Du spuckst auf uns, sagt der Vater noch einmal. Ja, sagt Jander. Als Kellner habe ich schon in die Suppen gespuckt. Aber nur als Rache. Als Rache für was? Das verstehst du nicht. Ah, ich bin wohl zu blöd. Ja, bestätigt Jander leise. Du bist zu blöd. Die Mutter will eingreifen. Du auch, sagt Jander zu ihr. Der Vater steht auf und brüllt los. Jander stößt den Sessel um, auf dem der Vater gesessen ist. Der Vater schleudert die Bierflasche auf den Boden. Jander brüllt auch irgendwas. Da, schreit der Vater und zeigt auf den ungekippten Sessel. Das kannst. Demolieren, ergänzt die Mutter und hilft dem Sessel auf die Beine. Jander verschwindet im Zimmer, wo noch sein Bett neben dem Stahlrohrbett seines Bruders ist. Auf dem Nachttisch Lothars liegen die Entwurzelten von James Jones. Jander liegt auf dem Bauch. Ein paar Minuten später hört er seinen Bruder kommen. Der poltert an die Zimmertür. Lass den Kasten in Ruhe, schreit Lothar. Die Entwurzelten landen fast gleichzeitig an der Tür. Nach ein paar weiteren Minuten steht Jander auf, nimmt zwei Schlüssel vom Brett über dem Telefon und geht ins nächste Wirtshaus. Mit dem Geld aus der Telefonkasse. Beim Aufwachen spürt Jander das Bier von gestern in den Oberarmen, in den Fingern, im ganzen Körper. Er bekommt keine Luft durch die Nase. Irgendwie ist er vorhin im Halbschlaf auf den Gedanken gekommen, sein Bauch sei voller Seifenblasen. Jetzt wird dieses Bild nicht mehr los. Das angekündigte Gewitter ist in der Nacht nicht gekommen. Also noch einmal so ein heißer Tag wie gestern. Jander ruft trotzdem bei der ersten Telefonnummer aus der gestrigen Zeitung an. Obwohl es wahrscheinlich gescheiter wäre, in einem Strandbad anzurufen, um eine Stelle als Badewärter zu bekommen. Die zweite Telefonnummer hat sich Jander nicht gemerkt. Am Apparat ist ein Mann mit gebrechlicher Stimme, mindestens 85, denkt Jander. Der Mann bringt nur eine Art Flüstern zustande. Die Firma Neuhauser & Wimmer benötigt einen Lagerarbeiter, der auch den Führerschein B hat. Die Stelle ist noch frei. Neuhauser & Wimmer, erfährt Jander, ist ein Autozubehörgeschäft. Großhandel und Detail. Gleichzeitig ist die Firma die Monopolauslieferung österreichischer und italienischer Motorradfabriken. Die Firma hat auch mehrere große Werkstätten. Jander soll am frühen Nachmittag vorbeikommen. Jander versucht sich, an die zweite Telefonnummer zu erinnern, kommt aber nur bis zur vierten Ziffer. Das Personalbüro im ersten Stock, ein Riesenzimmer mit hellblauen Vorhängen, ein Schreibtisch, der schräg aufgestellt ist. Hinter dem Schreibtisch sitzt ein schmächtiger Weißhaariger im Steiranzug, der Jander anflüstert. Nehmen Sie Platz. Jander nimmt Platz auf einem Sessel ohne Armlehne. Der Sessel des Personalschiffs hat gepolsterte Armlehnen und ist höher. Jander greift mit den Händen links und rechts unter den Sessel. Der Personalschiff heißt Das steht in Fraktur auf einem weißen Pappkarton an der Tür. Mit mir, sagt der Personalchef, müssen Sie sich nur über die finanzielle Seite einigen. Den Arbeitsplatz kann Ihnen dann der Herr Hammerl zeigen. Der ist Lager und Beschaffung. Was haben Sie sich so ungefähr gedacht? 1.200 in der Woche, sagt Jander, nachdem er etwas abgewartet hat, ob Fröbel nicht doch gleich selber weiterreden will. Das schauen wir eben einmal nach, sagt der Personalchef ruhig. Ich fürchte, das wird nicht gehen. Er legt Jander ein Heft hin und sagt Kollektivvertrag. Schauen Sie einmal nach und der Chauffeur fordert ihm Fröbel auf, der die Augen schließt. Während Jander das Heft aufblättert, sagt der Personalchef, Sie brauchen nicht erst nachschauen. Es sind genau 980 Schilling. Da fahren Sie, muss ich Ihnen sagen, ohnehin glänzend, weil wir Sie als Chauffeur einstufen. Als Lagerarbeiter wären Sie noch schlechter bedient. Mehr zahlen Sie auf keinen Fall. Auf keinen Fall, sagt Fröbel. Was glauben Sie, wozu es Kollektivverträge gibt? Der Kollektivvertrag ist für uns verbindlich. Also, Jander nickt. Sehr gut, sagt der Personalchef. Steht auf und reicht Jander seine trockene Hand. Sie fangen am 1. September um 7 Uhr an. Melden Sie sich jetzt bei Herrn Hammertl. Jander geht auf den parkettierten Gang, fragt sich die knarrende Holztreppe nach unten, weil der Personalchef Fröbel ihm mit keinem Wort gesagt hat, wo er den Herrn Hammertl findet. Im Forum zum Lager sitzt der Herr Hammertl in einem schwarzen Arbeitsmantel und füllt Lieferscheine aus. Er sagt, ohne aufzuschauen, Moment. Am gleichen Nachmittag trifft Jander Hamberger in einem Kaffeehaus im Zentrum. Jander ist vor dem Kaffeehaus gestanden, Hamberger hat von innen an die Scheibe geklopft. Hamberger unterhält sich mit einer sehr geschminkten Kulturredakteurin vom Fernsehen, die einen Beitrag über ihn für die heutigen oder morgigen Nachrichten machen soll. Hamberger macht das ganz lässig. Genauso lässig weist der Jander einen Platz an dem runden Tisch zu. Die Fernsehfrau stellt dann vor der Kamera ihre Fragen, die sie mit Hamberger vorher vereinbart hat. Hamberger gibt die Antworten, die er auswendig kann, aber trotzdem so, als würde ihm die Einfälle erst so nach und nach in den Kopf steigen. Sein zuletzt erschienenes Buch hält er dabei andauernd so, dass die Zuschauer am Abend den vollen Titel sehen können. Als die Redakteurin gegangen ist, sagt er zu Jander, dass er von Jander in der Zeitung gelesen hat. Du stehst öfter in der Zeitung als ich, sagt er. Hamberger zahlt auch den Kaffee, den die Redakteurin, deren Geruch noch über dem Tisch schwebt, getrunken hat. Die zahlt das nicht selber, fragt Jander. Investition erklärt in Hamberger, gibt der Kellnerin fast 10 Schilling Trinkgeld und verlangt eine gestempelte Rechnung, auf der ein weitaus höherer Betrag steht, als Hamberger wirklich gezahlt hat. Hamberger nimmt Jander zu sich nach Hause mit. In der Straßenbahn erzählt er Jander, dass er sich nach wie vor mit Andrea trifft. Seine Frau weiß nichts davon und Harald auch nicht. Über die paar Tage im letzten Sommer, die Hamberger als Kommuneversuch bezeichnet, hat Hamberger einen ausführlichen Gedichtzyklus verfasst. Im Vorzimmer hängen ein paar neue, gerahmte Bilder hinter Glas. Die sind von Ewi, die auf dem Balkon im Liegestuhl liegt. Sie hat einen Pullover an, der bis zum Kinn reicht, liest die Hälfte des Himmels und streckt Jander die linke Hand hin. Wir verändern uns, sagt Hamberger, der in der Tür zum Balkon stehen geblieben ist. Der Liegestuhl hat eine neue Verspannung, bemerkt Jander im gleichen Moment. Auf der anderen Straßenseite steht jetzt ein ähnlicher Wohnblock in Rosa. Beim Hagebuttentee erzählt Jander ausführlich von der Untersuchungshaft und von seiner Absicht eine wirklich ständige Arbeit anzufangen. Seine Änderungsabsichten interessieren Hamberger aber ohnehin nur oberflächlich. Er kommt immer wieder auf die U-Haft zurück. Er fragt Jander über die Untersuchungshaft aus. Jander sagt Hamberger nicht, dass zu seiner beabsichtigten Änderung die Beendigung der Besuche bei ihm gehören soll. Hamberger hat eine neue Stereoanlage. Die Boxen sind noch größer als die letzten. Hamberger in einer schwarzen Strumpfhose vertritt seine schwarze Katze, die er vor dem Sommer hergeschenkt hat, weil Evi laut mehreren ärztlichen Gutachten von den Katzenhaaren einen Dauerschnupfen bekommen hat. Eine Allergie. Angeblich bekommt sie auch manchmal einen Ausschlag, wenn bestimmte Leute in einem Zimmer mit ihr sind. Hamberger rechtfertigt die größeren Boxen. Die kann ich zwar nicht wirklich auftreten, sagt er, wenn man aber Musik auch leise gut hören will, braucht man sowas. Er bestimmt diesmal John Lee Hooker und Blind Willie Johnson für Yanders Ohren Plötzlich springt Hamberger auf und läuft auf den Gang. Yander will sich einen Apfel aus der Obstschüssel nehmen und entdeckt ein Mikrofon zwischen den Äpfel und Birnen. Das Kabel führt zu einem Kassettenrekorder, der läuft und auf Aufnahme geschaltet ist. Hamberger kommt mit einer Zeitschrift ins Zimmer, die einen Umschlag aus braunem Backpapier hat. Er schlägt die Zeitschrift genau in der Mitte auf. Eine Veröffentlichung über der sein eigener und Yanders Name steht. Zuerst steht Hamberger dann Yander. Es sind lauter Aussprüche von Yander etwas verändert als Dialektgedichte. Yander hat Schwierigkeiten beim Lesen, weil Hamberger alles klein geschrieben hat. Zwischen den Worten in den willkürlichen Zeilen hat er keine Abstände gelassen. Berühmt ist das nicht, sagt Yander. Wieso nicht, will Hamberger wissen? Das hast du ja meistens wortwörtlich gesagt. Ja, sagt Yander, gesagt. Ich finde das idiotisch. Wieso, fragt Hamberger. Das sind nur Witze. Das sind nur Witze. Aber doch nur auf den ersten Blick. Das ist in Wirklichkeit schon viel mehr. Was, sagt Yander, Realismus? Hamberger sich jetzt setzen wird. Mit der Religionslehrerin ist er letztes Jahr in diesem Kino gewesen. Heute wird ein amerikanisch-französischer Film aus dem Vorjahr gespielt. Über einen Berufskiller. Neben einigen anderen spielt die amerikanische Schauspielerin Angie Dickinson mit. Die in den 50er-Jahren in den meisten illustrierten, als die Frau mit den schönsten Beinen der Welt gegolten hat. Yander hat vor mindestens 15 Jahren gelesen, dass sie sich ihre Beine auf ein paar Millionen versichern hat lassen. Auch in diesem neuen Film tritt sie noch immer, aber nur einmal im Beginn auf. Die Versicherungsprämie ist mittlerweile bestimmt erheblich gesunden. Am nächsten Tag taucht vor dem Mittagessen Lothar in der Wohnung auf. Er steht in einem neuen Anzug vor dem Vorzimmerspiegel mit der dunklen Fliege unter dem Kinn. Er probiert ein paar Tanzschritte, dann klärt der Yander darüber auf, dass er mit seinem derzeitigen Hasen sich an der österreichischen Meisterschaft in Danzen beteiligen will. Mittlerweile hat er schon ein Dutzend Blechauszeichnungen gewonnen. Beim Lothar legt die Pistole griffbereit neben seinen Teller und pfeffert das Gulasch nach. Langsam aber konsequent kommt er dann über ein belangloses Gespräch mit Beschuldigungen auf Yander los. Yander starrt in seinen Gulasch und isst schneller. Lothar hört aber nicht mehr auf. Yander rennt aus der Wohnung und wirft die Wohnungstür zu. Im Zimmer rieselt der Verputz. Ein paar Sekunden später ist Lothar schon hinter Yander auf dem Trottoir und feuert mit seiner Gaspistole drei oder vier Mal. Er schießt zwar nur in die Luft, richtet dann aber die Pistole auf Yander und lacht. Yander erwischt ihm am Hemd, stößt ihm um und schlägt ihn immer weiter mit dem Kopf auf den Asphalt, bis er die Gaspistole auslässt. Lothar blutet aus dem Mund und aus einer Wunde an der Stirn. Eine Funkstreife bringt beide zum nächsten Wachzimmer. Im Polizeiwagen hält Lothar seinen Bruder einen abgebrochenen Vorderzahn hin. Lothar darf dann gleich wieder gehen, damit er sich in der nächsten Unfallambulanz renovieren lassen kann. Die drei uniformierten Beamten, denen Yander von der Funkstreife übergeben worden ist, lassen ihn stehen, kümmern sich vorläufig nicht um ihn. Einer der Polizisten, der ein schmales Bärtchen unter der Nase trägt, mutmaßt über die zum Wochenende fälligen Kappspiele. Auf der einzigen Bank sitzt ein Betrunkener und verschüchterte Jugoslave, der ein Stück von einem Mopedlenkrad in der Hand hält. Er beteuert immer wieder, obwohl er nicht stehen kann, ich nicht betrunken. Keiner hört ihm zu. Ein Polizeiarzt stürmt das Wachzimmer im Laufschritt, knallt seine Aktentasche auf das Pult und will Einzelheiten über die Angelegenheiten mit dem Jugoslawen hören. Einer der Uniformierten setzt zum Reden an. Der Polizeiarzt, der hier vorgesetzt ist, schlägt ihm, bevor er das erste Wort aussprechen kann, die glühende Zigarette aus der Hand. Jetzt geht es bestimmt besser, sagt er. Der Polizist, der rot anläuft, berichtet, dass der Jugoslabe einen schweren Verkehrsunfall verschuldet hat. Ich nicht betrunken, sagt der Jugoslabe, weil der referierende Polizist auf ihm zeigt. Du jetzt kusch, sagt der Arzt und bringt den Jugoslawen in einen Nebenraum zur Blutprobe, die hier aber wirklich nur eine reine Formsache sein kann. Der Jugoslabe hat einen Schüler angefahren, sein Moped war gar nicht zum Verkehr zugelassen, weil es nicht vorschäftsmäßig ausgestattet ist. Der ist dran, sagt der Polizist, dessen Gesicht wieder fablos ist. Der Jugoslabe will die Blutprobe verweigern, der Polizeiarzt sagt nur, das schau ich mir an. Was ist mit dem, sagt der Arzt, der nach nicht einmal zwei Minuten mit schnellen Schritten ankommt, er meint Jander. Rauf frei, sagt der Polizist mit dem Bärtchen. Gibt es ein Problem? Die beiden uniformierten Beamten verneinen parallel mit dem Köpfen. Unser Schatz ist da drinnen lasse ich abholen, sagt der Polizeiarzt, zeigt auf das Zimmer, in dem er vorhin mit dem Jugoslawen verschwunden ist und verlässt wieder im Laufschritt die Wachstube. Der eine Polizist zündet sich sofort eine neue Zigarette an. Schließlich nehmen zwei Polizisten doch ein Protokoll von Jander auf, beeilen sich aber nicht besonders dabei. Ihren Bruder kennt doch hier jeder, sagt der Beamte mit den Lippenbärtchen. Was wollen sie denn von dem? Das ist doch der Weihnachtsmann, sagt der Zweite. Persönlich ergänzt der Erste. Um 18 Uhr kann Jander gehen. Um 20 Uhr steht Jander vor der Erdgeschoss Wohnung von Vera, die er erst einmal betreten hat und überlegt, ob er anläuten soll. Vera reißt aber schon von innen die Wohnungstür auf. Sie hat aus der Küche Janders Schatten gesehen. Als sie Jander erkennt, macht sie einen weiten Schritt zurück in die Küche. Was willst, sagt sie. Da bleiben, sagt Jander. Komm rein, sagt Vera und Jander traut sich über die Fußmatte in die kleine Wohnung, in der es nach Mäusen riecht. Umstand der Zeit Beim Erfrischungsstand, der zum nebenan befindlichen Warenhaus gehört, trinkt Jander ein Sodawasser. Der Türke, der in der Hütte auf Rädern steht und jede Nacht auf der anderen Seite des Warenhaus Backplatzes im Bierzelt schläft, hat beide Handflächen auf der Tischplatte liegen, wenn er nichts zu tun hat. Zwei vielleicht zwölfjährige Gymnasiasten stehen auch da. Der eine hat eines der kleinen und frischen Langosch in der Hand, der andere ist eine gleichmütige vorportionierte Burenwurst. Die müssen aus irgendeiner Nachmittagstheatervorstellung gekommen sein, denkt Jander, weil die beiden eine Zeit lang über eine in Szene gesetzte Wiener Sage sprechen, die ihnen offensichtlich erhebliche Langeweile bereitet hat. Jander geht hinter den beiden über den asphaltierten Platz und durch die automatische Tür ins Kaufhaus. Gleich neben dem Eingang ist ein Verkäufer in grauem Anzug und weißem Hemd, der den eintretenden Rasierwasserflaschen entgegenhält und sein vorbereitetes Lob herunterratscht. Die beiden Schüler kommen ohne Schwierigkeiten an ihm vorbei. Er stürzt sich auf einem vollbärtigen und will ihm ein Rasierwasser für vorher und nachher anhängen. Der Vollbart irritiert den Verkäufer überhaupt nicht. Die Schüler stehen ziemlich lang bei den kleinen Schallplatten, die sie einzeln aus der Lade heben, jede einzelne aber wieder zurückstellen. Jander liest ein Plakat, auf dem jedem, der einen Ladendieb erwischt, 100 Schilling versprochen werden. Dabei lässt er seinen Einkaufswagen aus, was sofort jemand benutzt, um mit den Wagen Richtung Haushaltsgeräte abzufahren. Jander bleibt daraufhin ohne Wagen. Kaufen will er sich ohnehin nichts. Einem Blaukittel, der Jander nach seinem Einkaufswagen fragt, erklärt er, dass er bloß ins Tagesbuffet im ersten Stock will. Die beiden Schüler wechseln schließlich in die benachbarte Bücherabteilung. Der größere steckt zwei Taschenbücher ein, stößt den anderen an und geht rasch zum Ausgang. Jander macht keinen Versuch, seinen 100 Schilling nachzulaufen. Der zweite Gymnasiast kauft ein Buch, zahlt bei der Kassa, an der links eine verirrte Christbaumkugel befestigt ist, die zu Wackeln beginnt, wenn die Kassierin ihre Zahlen tippt. Beim Regal mit den Herren Regenschirmen hält ein Mann, der wie Jander keinen Wagen vor sich her schiebt, den Schüler auf. Jander ist immer noch einige Meter hinter dem Schüler, bleibt jetzt ebenfalls stehen und berührt einen der Schirmknirpse, die an einem Drehständer hängen. Ich hab dich beobachtet, sagt der Mann im Regenmantel und nimmt den Schüler das verpackte Buch ab. Du kommst mit. Er zieht den Schüler weiter, bis er zwischen zwei Windfangtüren stehen bleibt. Jetzt nimmt er das Buch aus der Verpackung. Das ist gekauft, sagt der Schüler. Eben hab ich es gekauft. Die Rechnung ist ja dabei. Der Mann im Regenmantel betrachtet die Quittung. Ich bin hier im Haus als Detektiv angestellt, sagt er. Warum zitterst du denn so? Ich zittere nicht. Freilich, du zitterst. Mit der Rechnung stimmt sicher etwas nicht. Ich hab dir doch zugesehen. Der Mann schiebt seine eigene Papiertasche unter seinen linken Oberarm. Auf der Tasche steht mindestens 30 Mal der Name des Kaufhauses in vier verschiedenen Farben. Einen Augenblick hat Jan da selber Angst. Wir gehen zum Abteilungsleiter, sagt der Warenhausdetektiv, der das Buch weiter festhält. Der Abteilungsleiter, der nur unter anderem für die Bücher zuständig ist, kann von der Verkäuferin nicht gleich gefunden werden. Der Gymnasiast zeigt auf die Kassiererin, bei der er das Buch vor wenigen Minuten bezahlt hat. Uninteressant, sagt der Detektiv. Verlässlich ist nur der Abteilungsleiter. Er lässt ein paar Sekunden Pause. Was war das für eine Zigeunerin vorhin? Welche Zigeunerin? Na, die, die mit euch hier ist, die euch einteilt. Stell dich nicht blöd. Du bist ja nicht allein da. Eine ganze Organisation seid ihr. Nein, sagt der Schüler, der mittlerweile wirklich zittert. Drei Leute stehen mittlerweile dabei, denen der Detektiv einzeln erklärt, dass der Bub ein Buch gestohlen hat. Ein Mann bietet sich an, die Funkstreife herzutelefonieren. Ich habe keine Zeit, sagt der Schüler, ich muss heim. Du wirst noch genug Zeit haben, sagt der Mann im Regenmantel. Du wirst noch genug Zeit haben müssen. Die Leute stehen so vor dem Schüler, dass er nach keiner Seite weglaufen kann. Nach einigen Minuten bestätigt der Abteilungsleiter die Gütigkeit der Rechnung. Die Leute zerstreuen sich. Der Mann im Regenmantel sagt ein Missverständnis und bahnt sich schon einen Weg zum Ausgang. Bei der ebenfalls automatischen Ausgangstür neben einer Riesenkiste in der auf mehreren Haufen billige Seifen liegen, holt Jander ihn ein. Der Mann geht über die Fahrbahn zur Autobushaltestelle und stellt sich unter den Wind- und Regenschutz. Jander bleibt vor ihm stehen. Der Mann sagt, was schaust du denn so dumm? Sie sind doch kein Detektiv im Kaufhaus. Der Mann im Regenmantel sagt nein und zieht seine Papiertasche vor seinem Brustkorb hoch, bis die Griffe der Tasche sein Kinn berühren. Jander steigt in den zweiten Bus. Im Wagen Inneren könnte er das Gesicht des Mannes schon nicht mehr beschreiben. Das Gesicht der Zigeunerin, deren Existenz eine Erfindung ist, kann er sich vorstellen. Neben Jander sitzt eine Mutter mit ihrem Kleinkind und lässt sich Fragen beantworten. Wo ist die Kuh im Stall? Wie macht der Hund wau wau und die Katze miau. Die Wirklichkeit und die Nicht Wirklichkeit Im Käfig auf der Küchen Kredenz finden sich jetzt zwei Mäuse. Japanische Tanzmäuse, die kein Rat benötigen. Wehre ist schon nach einer halben Stunde gegangen. Sie passt ein paar Häuser weiter auf drei Kinder auf. Jander hat in der halben Stunde nicht viel von ihr erfahren können. Er weiß aber, dass sie jetzt nicht mehr in der Stahlbürofirma beschäftigt ist. Drei Wochen nach Weihnachten ist ihr gekündigt worden. Die Spritzlagierer haben jetzt ohne Helferinnen auszukommen. Die kleine Wohnung ist kaum verändert. Die Abwasch ist halb mit Geschirr voll. Auf der Kredenz ganz oben stehen ein paar Dosenbohnen und Linsen. Auf der Ablage der Kredenz liegen zwei bunte Ansichtskarten, die irgendwer aus dem Urlaub geschickt hat. Die Unterschrift ist unleserlich. Der Kündigungsbrief von Mirna liegt unter den Ansichtskarten. Er beginnt mit Geschätzte Mitarbeiterin. Janda hat keine Ahnung, was sich Vera im Moment für Gedanken über ihn macht. Vielleicht hätte er gar nicht angeleutet. Er glaubt, er wäre wieder aus dem Haus gegangen, ohne anzuleuten. Beim Weggehen hat Vera gesagt, dass er sich keineswegs wundern würde, wenn er nachher nicht mehr da sein würde. Gegen zwölf will sie zurück sein. Auch die Unterschrift im Kündigungsschreiben ist unleserlich. Neben der Kredenz steht eine Flasche Lagerbier auf einer Zeitung. Janda nimmt sich das Bier. Die Mäuse laufen im Kreis und verursachen damit ein fortwährendes Rascheln. Janda schaltet das Radio ein und lässt es leise laufen. Neuplatten aus England, Schlager für Fortgeschrittene, das Lied der Prärie. In einer Viertelstundensendung wird dazwischen von einem Mundartdichtertreffen im Burgenland berichtet. Janda stellt sich ein paar Pärtige vor, die um ein Lagerfeuer sitzen. Hamburger ist auch in der Sendung. Er gibt ein Statement ab, was er sich beim Schreiben der Gedichte von Janda gedacht hat. Dann werden Gedichte vorgelesen. Prompt sind die Gedichte, die Hamburger Janda in der Zeitschrift als Gemeinschaftsarbeit gezeigt hat, alle dabei. Heute ist aber keine Rede von Janda. Um 11 Uhr dreht Janda das Radio ab, weil sich ein Pfarrer meldet und Janda zum Nachdenken über die Freizeitgesellschaft auffordert. Darüber will Janda nicht nachdenken. Schließlich legt er sich auf das Bett im Zimmer. Vor dem halb geöffneten Fenster stehen zwei ältere Frauen mit Hundeleinen. Sie unterhalten sich über ihre beiden Hunde, die in der Gasse unterwegs sind. Vera Bei der Familie eines Nervenarztes bin ich heute gewesen, auf der gegenüberliegenden Straßenseite, im Viererhaus. So nah habe ich es noch nie gehabt. Dem Nervenarzt gehört in dem Haus ein ganzes Stockwerk. Ihn selber habe ich nicht zu Gesicht bekommen, nur seine Frau, die es recht eilig gehabt hat. Die hat keinen einzigen Zahn im Mund gehabt. Zu mir hat sie gesagt, dass sie bei ihrem Tendisten in Behandlung ist, weil sie geglaubt hat, ihren leeren Mund bei mir entschuldigen zu müssen. Ich habe auf das Baby und die zwei Jahre und fünf Jahre alten Buben aufpassen müssen. Ich habe mir gedacht, die werden bald im Bett sein und ich habe meine Ruhe. Zuerst ist es noch ganz harmlos gewesen. Der Konrad, das ist der Fünfjährige, hat an einem Wollfaden ein Staniolpapier befestigt, mit dem ist er rund um den Tisch gelaufen. Die Katze, die sich vorher nicht gerührt hat, ist unaufhörlich hinter ihm her. Der zweijährige Harry hat noch eine Windelhose, vor allem am Abend, als ich sie ihm habe ausziehen wollen, weil er vollgemacht gewesen ist, habe ich bei seinem Nabel mehrere Einstiche nebeneinander bemerkt. Gleich darauf hat ihm der Ältere gepackt und auf ihn losgeschlagen, dann wieder ausgelassen, aber nur, um ihm wieder nachzurennen, einzuholen und zu verprügeln. Ich habe mich dazwischen gestellt. Der Papa hat es gesagt, sagt mir der Konrad. Was hat er gesagt, sage ich. Sagt er, ich muss den Harry stark machen, durchboxen, der Konrad sagt, ja. Ich sage, red keiner Blödsinn. Ich habe dann besonders aufgepasst, bin in der Nähe von Harry sitzen geblieben und hab den Konrad im Auge behalten. Dann hat auf einmal das Baby geschrien. Ich habe also auch das Baby umgewickelt und ihm was aus der Thermosflasche gegeben. Darauf entdecke ich den Konrad, der den Harry am Boden festhält. Der Harry kann kaum noch Luft bekommen. Schwitzkasten hat das der Konrad genannt. Ich habe ihn wegzehren müssen. Dabei hat er mich ziemlich an den Unterarm gekratzt. Der Harry macht keine Liegestütze hat er sich beschwert. Ich habe ihm angeschafft Liegestütze soll er machen. Der Harry jedenfalls hat gebläert und mir ist auch fast danach gewesen. Zwei Stunden hat der Konrad noch probiert an mir vorbei auf seinen Bruder hinzuschlagen. Ich habe ihm eine geknallt worauf er mir eine gegen das Schienbein getreten hat. Erst nach zehn habe ich die zwei in die Betten gekriegt. In verschiedenen Zimmern. Dafür hat dann das Baby unruhig geschlafen und ist immer wieder wach gewesen. Um dreiviertel zwölf ist dann endlich die Mutter daher gekommen, der ich gleich die ganzen Vorfälle erzählt habe. Sie weiß das, sagt sie seelenruhig. Ich habe sie dann sofort wegen der Einstiche beim Harry gefragt. Da ist sie plötzlich ganz verwirrt gewesen. Richtig erschrocken, weil ich die Einstiche bemerkt habe. Dann sagt sie mein Mann sticht den Buben jeden Tag mit der Injektionsnadel. Zur Abhärtung. Ich sage das Baby hat keine Einstiche. Das ist ein Mädchen sagt sie und redet irgendwas von dem Probejahr, das ihr Mann im psychiatrischen Krankenhaus absolviert. Die hat glatt vergessen, dass sie mir davon schon vorm Wegehen erzählt hat. Zum Schluss hat sie bedauert, weil ich ihr kaum noch ein zweites Mal auf die Kinder aufpassen werde. Sie hat meine Tafel Nussschokolade als Geschenk hingehalten. Ich habe die Schokolade genommen. Erst um halb eins hört Jander Vera in der Küche. Er steht wieder auf und setzt sich zum Tisch in der Küche. Das Licht ist ihm in der ersten Minute zu hell. Jander kann Veras Gesicht nicht gleich erkennen. Er weiß nicht, ob sie sich freut oder verärgert ist, weil er noch in der Wohnung ist. Sie hat bei der Familie, bei der sie heute war, nicht schlafen können. Sonst komme ich immer zwei oder drei Stunden zum Schlafen, sagt Vera. Diese Nachtarbeit als wie einen Leihwagen anfordern kann. Wozu machst du das überhaupt, fragt Jander. Ich will weg, sagt sie. Aus der Stadt, Vera sagt, nur aus den beiden Zimmern. Dabei macht sie mit der rechten Hand einen Halbkreis durch die Küche, bis sie mit den Fingerspitzen auf den Mäusekäfig zeigt. Sie verhängt den Käfig wie ein braver Wellensittich Besitzer seinen Sittich Käfig mit einem karierten Geschirrtuch. Was ist mit der Wohnung, sagt Jander, zu eng? Scheißeng, sagt sie und setzt sich auf die Eckbank, nachdem sie die leere Bierflasche auf die liegengebliebene Zeitung gestellt hat. Dann berichtet sie vom heutigen Abend, zuerst langsam mit Pausen zwischen den einzelnen Sätzen, dann immer schneller. Jander unterbricht sich ein einziges Mal, bis Vera ihren Bericht abrupt beendet. Die mitgebrachte Nussschokolade liegt auf der Kredenz. Jander holt sie zum Tisch. Und bezahlt hat die nichts, fragt Jander, während er die Schokolade auspackt. Bezahlt werde ich von der Firma, die mich vermittelt. Ohne Firma kriegst du aber mehr bezahlt. Ohne Firma sagt Vera finde ich keine Familien. Und zahlt sich die zusätzliche Arbeit wirklich aus, will Jander wissen? Wirklich auszahlen? Tun sich solche Arbeiten nie. Wie lang soll es denn dauern, sagt Jander, bis du hier weg kannst? Vera zuckt die Achseln und dreht die Schokolade auf der Tischplatte. Ein paar Jahre? Ich gehe jetzt wieder regelmäßig arbeiten, erzählt Jander, während er die Beine unter den Tisch ausstreckt. Vera sagt und? Zu zweit kommt man hier schneller heraus. Kindisch, sagt sie, steht auf und setzt dich gleich wieder hin. Morgen bist du weg. Ich glaube nicht, sagt Jander und zieht ihre Beine unter dem Tisch zu sich. Wenn ich hier wohnen könnte? Ja, sagt Vera. mein Geld ausgeben, bis alles weg ist und dann wieder ab, nicht? Nein, sagt Jander. Sie macht Falten auf der Sterne, zerlegt die Schokolade in kleine Stückchen und schweigt eine Weile. Ich bin jetzt in einem Büro, sagt sie, Mädchen für alles. Was für eine Firma will Jander wissen? Glas, sagt Vera und zählt auf, Spiegel, Gläser, Glasschmuck. Ins Bett kommt sie erst nach zwei, da fallen ihnen keine Fortsetzungen des Gesprächs mehr ein. Vera zieht ihren Rock schon in der Küche aus, die roten stutzen auch. Unter den Knien hat sie zwei Streifen. Jander weiß nicht, warum sie die riesigen Brusthalter trägt. Ihre Brüste sind nicht groß. Morgen stehe ich nicht auf, kündigt Vera an. Wieso nicht? Morgen ist Samstag, sagt sie und dreht sich bereits in der Zimmertür nach Jander um. Wieder einmal, sagt sie. Dann dreht sie sich ganz um. Jander macht zwei Schritte auf sie zu, sie hält ihn fest, quetscht ihn beinahe. Jander drückt sie vorerst ebenfalls fest, hat aber bald eine Hand in ihren Haaren, die andere auf ihrem Rücken, bleibt bei der Linie, wo der untere Rand des Brusthalters aufgelegen ist. Es dauert noch eine halbe Stunde, bis sie beide ohne Kleider im Bett sind. Vera schreit, Jander kann nicht schreien, er muss an das halb geöffnete Fenster denken. Sie schrie auf, als stünde sie im Flammen. Diesen Satz hat Jander beim Hamburger in einem Taschenbuch-Roman gelesen. Den Titel hat er nicht mehr im Kopf. Als Jander sich ganz sicher ist, dass Vera schläft, macht sie die Augen auf und sagt, ich kriege ein Kind. Jander hebt seinen Kopf. Wie willst du das schon nach den paar Minuten wissen? Vera setzt sich auf. Ich bekomme das Kind schon seit drei Monaten. Jander kapiert nur langsam. Vom jungen Schlorhaufer, sagt Vera, das ist der Sohn vom Chef. Der wohnt an sich in Linz mit Frau und Kind. Während der Woche ist er aber im Stammbetrieb bei uns. Und der hat dich eingeladen? Ja. Der hat fast alle weiblichen Angestellten irgendwann einmal eingeladen. Die meisten sowieso nur einmal. Ein großer Frauenheld der Junior. Der spinnt, sagt Vera und zeigt auf ihre abrasierten Schamhaare. Jander hat die schon wieder etwas nachgewachsenen Haare vorher bemerkt, hat aber nicht sagen wollen. Stacheln, sagt er jetzt. Der spinnt wirklich, der junge Schloher Haufer, sagt Vera. Der kann nicht einmal im Bett. Die Steppdecke hat er eigens auf den Boden legen müssen. Jander schaut auf das matte Licht auf dem Nachtkästchen. Der Knopf zum Ein- und Ausschalten glänzt. Er denkt, dass hier im Zimmer gar kein Platz wäre, neben das Bett zu legen. Hat er dich auch nur einmal eingeladen? Zweimal. Was willst du jetzt machen, sagt Jander? Gar nichts. Du wirst doch das Kind nicht kriegen wollen, sagt Jander. Jetzt schaut Vera auf die Nachtlampe neben der Bettkante. Doch, erklärt sie, und schaut Jander wieder direkt an. Ich will es haben. Wozu, das verstehe ich nicht. Ich bin 37, verstehst du jetzt? Jander kommt näher, ganz auf ihre Seite und legt das linke Bein über ihren Körper. Schwitzkasten, denkt er jetzt. Ich habe mir extra ein Präparat verschreiben lassen, redet Vera weiter, weil ich keinen Eisprung mehr gehabt habe, nachdem ich mit der Pille aufgehört habe. Kann ich dableiben, fragt Jander. Vera sagt ja. Lange wird das ja nicht sein. Ich will ganz dableiben, im Ernst. Sie sagt ja, ja. Am Samstagmorgen schaut Jander aus dem vergitterten Fenster. Direkt vor dem Fenster findet eine Frau mit Milchkanne einen zerknitterten 20-Chillings-Schein. Vera liegt noch im Bett und beobachtet Jander. Auf dem Wecker in der Küche ist es gleich zehn. Jander macht einen Milchkaffee, nachdem er begriffen hat, wie man an den Knöpfen drehen und drücken muss, damit die Gasflammen bleiben. Was ist heute, sagt Vera, die sich ihre Unterhose und die Stutzen angezogen hat. Fahren wir heuer ins Bad? Lieber nicht. Was willst du machen? Im Bett bleiben, sagt Jander, den ganzen Tag im Bett bleiben. Du spinnst dir auch, sagt Vera und steigt Jander unter dem Tisch auf die Zehen. Jander verschüttet den Kaffee, während er das Gesicht verzieht. Also gut, sagt sie, bleiben wir daheim. Einkaufen muss ich aber trotzdem gehen. Ich hab gar nichts hier. Mir ist lieber du gehst mit. Sie muss lachen. Jander sagt, dass er mit geht. Soll ich was kochen? die noch mit dem Einkaufsnetz in der Hand bei der Eingangstür steht. Oder nicht? Oder nicht, sagt Jander. Vera füllt eine mittlere Schüssel mit kaltem Wasser an und lässt die Butter hineinfallen. Dann stellt sie die Schüssel ins Doppelfenster zum Lichtschalter. In ihrer Wohnungstür gibt es keinen Eiskasten. Im Radio war die Aufforderung zum Wassersparen. Janders Mutter hat nach solchen Aufforderungen früher immer geglaubt, die Stadtwerke schicken unzählige Speer Kontrolleure aus, die durch Ritzen um Fenster schauen, die Nachbarn aus fragen, um Wasserverschwender ausfindig zu machen. Jander kennt jetzt noch ihre Sätze. Das Wasser werden sie uns noch ganz abdrehen. Die Kündigung kriegen wir. Da ist wer auf dem Gang. Vera will noch immer unbedingt was kochen. Jander reicht der mitgenommene heiße Leberkäs und der Tetrabag Kakao. Jander ist dann schnell wieder im Bett, während Vera in der Küche noch ein paar Minuten weiter scheppert. Dann kommt sie doch aufs Bett, lässt aber ihre Unterhose und die Kombination an. Das geht nicht, sagt Jander. Aus der Wochenend Ausgabe liest Jander Vera Kurzmeldungen vor, die er fast alle komisch findet. Der Landtag hat einstimmig ein ausführliches Gesetz über Prostitution einstimmig beschlossen. In der gleichen Sitzung wurde mit einigen Gegenstimmen beschlossen, dass die Landwirtschaftskammer der Stadt ab nun nicht mehr verpflichtet ist, einen sogenannten Gemeindestier zu halten. Vera lacht zuerst, weil die Nachricht auch in der Zeitung ohne Unterbrechung wiedergegeben wird. Dann bedauert sie den Stier, der möglicherweise geschlachtet wird. Der Tierschutzverein wird sich schon rühren, behauptet Jander. Vielleicht gibt es eine Bürgerinitiative zur Erhaltung des Lebens des städtischen Ex-Gemeindestiers. Jander kann sich das ganz gut vorstellen. In einer anderen Meldung auf der gleichen Seite heißt es, dass sich englische Tierschützer energische Maßnahmen gegen eine Tabakwarenfirma einfallen haben lassen, weil die Firma mit Hunden Rauchversuche macht. Die Versuchshunde müssen täglich den Rauch von 50 Zigaretten inhalieren. Nach drei Jahren werden sie getötet, damit ihre Lunge auf krankhafte Veränderungen untersucht werden können. Eine 74-jährige Richterwitwe wollte sich statt eines Hundes für die Versuche zur Verfügung stellen. Ihre Schlachtung wäre demnach 1979 nötig geworden. Die Firma hat ihr Angebot aber mit Rücksicht auf ihr Alter dankend abgelehnt. In einer noch kürzeren Meldung in halb so kleiner Schrift wird von der Schließung eines Betriebs in einem Kaff in der Steiermark berichtet. 60 Arbeitern und Angestellten wurde gekündigt. Die Firma ist noch den Lohn für einen ganzen Monat schuldig. Dass die Entlassenen im Umkreis von 50 Kilometer keine anderen Arbeitsplätze bekommen, steht nicht da. Das erfährt Jander erst ein paar Tage später, durch eine Fernsehsendung. Der Tierschutzverein wird sich für diese Angelegenheit nicht interessieren. Die zuständige Gewerkschaft hat der Entlassung der 60 Arbeiter bereits zugestimmt und die Möglichkeit von Kampf Maßnahmen nicht in Betracht gezogen. Jander lässt die Zeitung aus dem Bett fallen. Zwischen den beiden Fenstern zur Straße ist ein langer Riss. Angeblich vom Erdbeben 1972. Während des Tages bleiben die Fenster geschlossen, weil durch diese Straße die ältesten Straßenbahnkarnituren in der Stadt rumpeln. Vera hat Schluck auf. Das bedeutet doch was, sagt sie. Sicher, bestätigt Jander. Es denkt wer fest an dich. Wer denkt an mich? Na ich. Sie sagt Jaja. Vera will auf einmal wissen, in welchem Restaurant oder Hotel Jander jetzt arbeitet. In keinem, sagt Jander. Dabei kann er sich gar nicht erinnern, ihr gesagt zu haben, dass er gelernter Kellner ist. Er sagt, ich habe eine Arbeit in einem Lager und als Chauffeur für hin und wieder, aber erst ab dem 1. September. Da hast du noch 14 Tage Zeit, sagt Vera. Und Jander weiß nicht, ob sie die 14 Tage irgendwie als Vorwurf meint. Im gleichen Moment beschließt Jander, schon in diesen 14 Tagen eine Stelle als Kellner anzunehmen. Er will es auf jeden Fall versuchen. Jander sammelt Vera rutscht auf seine Bettseite und liest mit. Jander Ich will nicht ausweichen, einmal nicht weglaufen. Ich weiß noch nicht, was ich wirklich will. Nur den sicheren Wohnplatz. Ich bin vorsichtig. Will ich Vera helfen, wegen des Kindes? Sie würde meine Hilfe, so wenig ich bis jetzt von ihr weiß, wahrscheinlich gar nicht brauchen. Ich weiß immer noch nicht, was sie von meiner Anwesenheit denkt. Ich stelle mir Szenen mit Vera vor. Im Moment kann ich mir Szenen ohne sie kaum vorstellen. Ich glaube, ich will bei ihr bleiben, nicht nur hier. Am Sonntag fahren Vera und Jander doch ins Strandbad. Sogar sehr zeitig. Trotzdem ist die Straßenbahn schon in aller Früh voll. Jander wird gegen Vera gepresst, gegen ihren Rücken. die Hände hat er auf ihren noch unveränderten Bauch gelegt. Sie sagt, dass ihr jetzt bestimmt gleich das Kind zerdrückt wird. Die letzten zwei Stationen gehen sie lieber zu Fuß. Die Türen der Straßenbahn gehen gar nicht mehr zu. Vera betätigt bei einem auf dem Gehsteig abgestellten Moped mehrmals die Hupe und schreckt damit Tauben auf. Jander bekommt für ein paar Sekunden eine Gänsehaut. Ein Glück, glaubt Jander, dass hier keine Wohnhäuser sind. Vera würde sämtliche Türglocken drücken. Das Bad ist kurz vor Mittag bereits ausverkauft. Über dem Familienbecken hängt die unvermeidliche Urinwolke. Während des Wellenbades ist kaum ein Platz im Wasser zu bekommen. Einer macht einen Kopfsprung ins viel zu seichte Wasser, was Jander bisher nur in Trickfilmen erlebt hat. Der Oberbade Ward bekommt jede Minute einen Wutanfall, den er in sein Pfeifferl umleitet. Die Fußballautomaten und Tischtennis Tische sind andauernd besetzt. Vera und Jander bleiben im Schatten auf den Handtüchern. Bei den Pritschen fangen ein paar jüngere Leute, eine Frau ist dabei, an Gedichte und Kurzgeschichten vorzulesen. Die Badegäste sind interessiert und umstehen dicht die Vortragenden. Es kommen immer mehr Leute dazu, von der ganzen Wiese kommen welche, weil die meisten glauben, dass ein Unfall passiert ist oder eine Rauferei ihren Anfang nimmt. Die meisten Gedichte sind eher fad. Das Interesse nimmt darauf wieder ein wenig ab. Die kurzen Geschichten der Frau sind immerhin witzig. Zwischendurch sagt einer, der wie ein Fernsehmodorator ausschaut, dass diese Veranstaltung Literatur in der Badehose künftig öfter stattfinden soll. Jander glaubt, dass die von Hamburger zusammengestellten Gemeinschaftsarbeiten das Wort bringt ihm wieder zum Kopfschütteln hier einen Lichtblick darstellen würden. Schließlich kommt wieder das Fernsehen daher mit einem Kamerateam in Badehosen. Gleich gibt es wieder viel mehr Zuhörer, die sich bei den Pritschen drängen. Vera und Jander verlassen das Bad schon um drei, leihen sich bei der ersten Bootsvermietung ein Ruderboot aus, mit dem sie nicht weit kommen, weil Jander das Rudern schnell zu anstrengend ist. Jander möchte segeln können. Ein Elektroboot hätten wir nehmen sollen, sagt Vera. Am Abend bleiben sie gleich im Garten eines Wirtshauses, der direkt neben dem Wasser ist, unter zwei hohen Kastanienbäumen, bis die ersten Gelsen einfliegen. Zum Zahlen gibt Vera Jander Jander ihre Brieftasche, in der 1200 Schilling sind. Wieder billiger gegessen, sagt ein älterer Mann zu seiner Begleiterin. Die beiden haben ein paar Sekunden vor Vera und Jander das Wirtshaus Grundstück verlassen. Der Mann zieht ein Besteck mit Serviette aus seinem Hemd und übergibt es seiner Begleiterin, die es in ihrer Badetasche verstaut. Vera Wie lang will er das aushalten? Ist aushalten überhaupt das richtige Wort? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht ganz plötzlich fort ist, obwohl mir diese Vorstellung am meisten Angst macht. Allein bin ich nicht ängstlich gewesen, hatte aber möglichst nur Mitleid, das traue ich ihm eigentlich nicht zu. Mitleid hat er, was ich höchstens mit sich selber. Ich möchte, dass er bleibt, aber auch vorm möglichen Bleiben habe ich Angst. Ich möchte, dass er sich schnell entscheidet. Ich will mich nicht an ihn gewöhnen, wenn er dann womöglich doch wieder weg ist. Ich kenne mich nicht aus. Warum ist mir Herr Jander naheliegender als Gerhard? Brauchst du einen Schlüssel, sagt Vera am Montag um sechs? Sie steht angezogen neben dem Doppelbett oder nicht. Kreis ein Eckwirtshaus mit zwei Räumen, aber kein eigener Speisesaal. Jander kann oder soll heute noch anfangen, sagt der Lokalbesitzer und erklärt Jander, dass es in seinem Wirtshaus eigentlich nur ein Abendgeschäft gibt. Am Vormittag sagt er, kommt er ganz gut allein aus. Das hat Jander längst bemerkt, denn nur zwei Pensionisten sitzen da und starren sich an. Jetzt ist es elf. Die Küche hat sich bei den Leuten mit Mittagspause noch nicht richtig herumgesprochen, sagt der Wirt. Zu Mittag ist auch nicht allzu viel los. Zu Unrecht ist er überzeugt. Jander schaut sich die Tischordnung an und merkt sich die Nummern der Tische. Die Frau des Wirtes schaut einmal durch die Küchenlucke. Der Wirt erklärt ihr, wer Jander ist. Die Wirtin macht die Lucke wieder zu. Eine Kellnerin gibt es auch, sie heißt Fritzi oder Mitzi. Jander hat es nicht genau verstanden. Die Kellnerin fängt so wie Jander um fünf an. Der Wirt klärt Jander dann noch über sein Publikum auf. Die gepflegteren Herrschaften aus dem Asyl in der Mellnehmern Straße, einige Cevapcici, die Lehrlinge bei der Box und die Arbeiter aus der Armaturen Fabrik und der Autowerkstätte. Das gewöhnliche Publikum sagt der Wirt zehn Minuten vor fünf. Das gewöhnliche Publikum verirrt sich ja wirklich selten einer hierher. Das wird sich noch ändern, sagt der Wirt, wenn die Küche im Bezirk erst einmal bekannt ist. Er gibt die Kocherei seiner Frau. Für etwa 21 Uhr stellt der Jander ein Schweinernes in Aussicht. Die Kellnerin, sie heißt doch Fritzi, kommt eine Minute vor fünf an. Sie wird von den Gästen mit lauten Zurufen empfangen. Zwei Tische sind erst besetzt. Jeder feiern, sagt der Wirt zu Jander und zeigt auf den Stammtisch, zu dem noch ein zweiter Tisch geschoben worden ist. Da haben zwei neue in der Mopedbude angefangen. Bei mir sind die auch neu. Jander kommt erst viel später drauf, dass mit Mopedbude Neuhauser und Wimmer gemeint ist. Der Kurthl und der Happy sind da, sagt einer mit Gipsbein zur Kellnerin und gleichzeitig zu Jander, um den beiden die Neuen vorzustellen. Er tut so, als ob er Jander längst kennen würde. Die beiden Neuen sind heute eingeladen, weil sie erst in der zweiten Woche ihr erstes Geld kriegen. Der Happy bekommt sein linkes Auge nicht ganz auf. Er schaut überhaupt aus, als könne er jeden Moment losheulen. Der Kurthl ist mindestens um einen Kopf größer, obwohl er kurze Beine hat. Ein Sitzriese. Vorerst ist nicht viel los, nicht viel zu tun. Aber um sechs sind die zwei Räume bummvoll. Jander kommt dennoch nicht ins Schwimmen, wie er es befürchtet hat. Dabei gibt die Fritzi und Jander sind für jeden Tisch zuständig. In die Liste beim Wirt werden die Getränke und Speisen für jeden Tisch extra eingetragen. Jander findet die Kellnerin nett. Sie muss ungefähr so alt sein wie Vera, glaubt er. Sie hat längere Beine und einen kurzen Rock. Sie ist auf jeden Fall die bekannte Attraktion des Wirtshauses. Na was sagen Sie, sagt der Wirt, der am Hebel der Espressomaschine steht. Jander wartet auf den Espresso und weiß nicht, was er meint. Zur Fritzi erklärt er und redet jetzt gleich lauter weiter, weil die Fritzi mit zwei Vierteln Rotem zu Tisch 3 geht. 35, sagt der Wirt und macht ein schmatzenes Geräusch. Und etliche von meinem Kunden haben schon die Hand drauf gehabt. Aber die Unter- und Oberschenkel unter den schwarzen Nahtstrümpfen sind noch in Ordnung, lobt der Wirt. Von hinten noch immer ein Gestell wie die Kardinale. Jetzt grinst der Wirt. Jander gibt ihm Recht und macht ihn nicht darauf aufmerksam, dass die Kardinale wahrscheinlich schon älter sei, als seine Kellnerin ist. Nachdem der Wirt Jander mitgeteilt hat, dass er die Strümpfe und den Rock bezahlt hat, Hamburger würde sagen Investition, nennt der Jander ein Paar von seinen Stammkunden, zeigt sie Jander und sagt ihm deren Eigenheiten. Der mit dem Gipsbein braucht zwei Sesseln. Über den rechten Zeigefinger hat er einen Fingerverband gebunden. Wenn den Männern am Tisch nichts mehr einfällt, machen sie Witze über seinen verletzten Finger, wo er den bloß wieder hingesteckt hat. Der Josef, ein Einarmiger, der bei Neuhauser und Wimmer Tagportier ist, sitzt beim Tisch neben dem Stammtisch, hinter dem Geldbriefträger. Der Postbeamte spielt hier jeden Tag der Rock. Der Josef spielt nie mit, kennt sich aber, behauptet er jedenfalls, einigermaßen aus. Er sagt, na siehst eben, was ich gesagt habe, Spritzen hesset müssen, bis der Geldbriefträger aufsteht und den Josef eine Ohrfeige anbietet. Das Gipsbein erzählt Jander, dass er die dritte Woche im Krankenstand ist. Er scheint ebenfalls einer der Bewunderer der Fritze zu sein. Ein bisschen bausbeckig ist sie ja schon, gibt er zu, aber dann verwendet er etwa die gleichen Worte, die vorher der Wirt verwendet hat. Jander schwitzt, aber dieses Schwitzen ist nicht außergewöhnlich, ist nur auf die Außentemperatur zurückzuführen. Die Fritzi hat, als sie heute eingetroffen ist, nach Franz Brandwein gerochen. Die Männer an den Tischen reagieren gar nicht auf Jander. Sie sagen außer den Bestellungen kein Wort zu ihm. Jander ist das angenehm. Die Lehrlinge halten die zwei Tische bei der Musikbox besetzt. Die meisten arbeiten bei Neuhauser und Wimmer. Eine unübersichtliche Firma, denkt Jander. Neben der Großwerkstätte im Bezirk gibt es offenbar auch zwei Produktionshallen, obwohl Jander nicht klar ist, was dort hergestellt wird. Die Lehrlinge verwickeln den Wert einmal pro Abend in ein längeres Gespräch. Sie halten ihm vor, dass ganz falsche Platten in der Box sind und dass er die Box viel zu leise eingestellt hat. Gegen zehn verschwindet der letzte Lehrling. Die Lehrlinge aus dem Heim müssen schon um dreiviertel neun weg. Der Kurdel am Stammtisch ist mehr ein Stiller. Jander bemerkt sogar, wie der Kurdel immer wieder unter dem Tisch auf die Uhr blickt. Beim Bier hält er sich ebenfalls zurück. Er schwitzt auch, obwohl er nur im Ruderleibchen da sitzt. Die Fritzi greift ihm im Vorbeigehen auf die Armmuskeln und sagt allerhand. Der Kurt sagt nichts. Die zahlt sich immer noch aus, erklärt ihm Josef, der jetzt nach zehn doch mit seinem Sessel zum Stammtisch gerückt ist. Die Fritzi zahlt sich immer noch aus. Das kannst du dir von mir ruhig sagen lassen. Tatsache sagt das Gipsbein, während der Josef zu kichern beginnt. Die ist vielleicht beweglich. Oder hast du selber was daheim? Wir wissen ja nichts genaues. Nein, sagt Kurt fast verlegen. Ich bin noch zu haben, sozusagen. Der Josef erholt sich von seinem Kichern nicht mehr. Er fängt schon an zu spucken. Dann sagt das Gipsbein ganz ernst. Wie ein Fachmann. Keine Investition, kein unnötiger Ballaber, keine Schererein. Die ist froh, wenn sie was für die kalten Füße hat. Ich bin keine Wärmeflasche, sagt der Kurt. Naja, nicht zimperlich sein. Der Josef erläutert das genauer. Das Pferd und die Frau vom Knie an aufwärts nur nicht schonen. Ist sie verheiratet, will der Kurt wissen? Blöde Frage, findet das Gipsbein. Nein, sagte Josef, ist sie nichts. Sie war es aber angeblich einmal. Mit einem Installateur soll sie verheiratet gewesen sein, den sie schon nach vier Wochen nicht mehr ausgehalten hat, weil sie ihm davonlaufen wollte. Hat er ihr mehrmals gedroht, sie aus dem Fenster zu werfen? Hat sie dann ihn rausgeschmissen? Nein, sagte Josef und winkt mit fast ausgestrecktem Arm ab. Der Installateur hat die Fritzi wirklich aus dem Fenster geworfen. Die Wohnung ist aber im Erdgeschoss gewesen. Mein Lieber sagt das Gipsbein zum Kurtl und stottert dabei. Die Besitzer vom Gasthaus wechseln, die Fritzi bleibt. Das Gipsbein dürfte einen ordentlichen Bier-Vorsprung haben, weil er schon seit Mittag hier sitzt. Erlogen, sagt der Wirt zu Jander. Er meint die Geschichte mit dem Ehemann von der Fritzi. Der Kurtl merkt Jander, fängt an, die Fritzi zu beobachten. Er berührt sie, wenn sie beim Tisch steht. Sie verdreht zuerst nur angeödete Augen, aber sie steht jetzt doch oft gerade beim Stammtisch und nicht nur, weil die meisten anderen Tische mittlerweile leer sind. Um halb zwölf sitzt sie schon auf den Knien vom Kurtl. Der Happy nähert sich ihr von der Seite. Die Fritzi, der der Kurtl reicht, stemmt ihn wieder zurück auf seinen Platz. Jetzt heult er, glaubt Jander wirklich bald los. Der Kurtl ist mit der rechten Hand auf den Rücken der Fritzi, mit der linken schon lange zwischen ihren Schenkeln. Er legt den Tempo vor. Warte bis zwölf, bremst sie, oder willst mich auf den Tisch legen. Jetzt kommt noch einer, der laut Information vom Wirt, Ossi heißt, und bei Neuhauser und Wimmer hinausgeflogen ist, weil er die von der Firmenleitung und Betriebsrat vorgeschriebenen Stückzahl pro Minute nicht eingehalten hat. Auch durch zwei ultimative Aufforderungen hat er sich nicht zwingen lassen. Jetzt hat der Happy seinen Platz in einer der zwei Produktionshalben. Der Happy hat mit einer Stückzahl angefangen, die höher als die war wegen der Ossi entlassen worden ist. Hast du noch nichts Neues, fragt der Josef? Nein. Hast überhaupt was gesucht? Schon, aber nur Dreck gefunden. Bei einer Tankstelle bin ich drei Tage gewesen. Ich habe hinten die Service Arbeiten gemacht. Ölwechsel, Getriebekontrolle und die anderen haben vorne die Hand aufgehalten. Das ist ein nachfolgender Firma, sagt der Josef und zeigt auf den Happy. Den Ossi interessiert das nicht. Jander muss jetzt zum ersten Mal aufs Klo. Hier gibt es nur eines hinten im Stiegenhaus. Den Schlüssel hat die Fritzi in ihrer Schürze. Der Wirt muss das Lokal demnächst renovieren lassen, weil die neue Bestimmung der Gemeinde heraus ist, nach der jedes Wirtshaus zwei getrennte Toiletten haben muss. Dem Beiseln wird wird das Chaos gemacht, ist in der Zeitung gestanden. Die Musikbox streikt, als der Ossi das Hufsteiner Lied hören will. Die Fritzi stellt fest, dass irgendein Blödian eine falsche Münze in die Box geworfen hat. Alles verklemmt, sagt sie. Beim Schanktisch nimmt sie zwei Flaschen Bier aus dem Kühlschrank und macht ihre Eintragung in der Liste. Der Josef sagt zum Kurtl, dass die Fritzi im Nebenhaus eine kleine Wohnung hat. Der Ossi singt sich das Kufsteiner Lied selber. Der Wirt verdächtigt die Lehrlinge. Plötzlich zehn Minuten vor zwölf redet das Gipsbein, das die letzte Stunde geschlafen hat, drauf los. Die Spanierin, das ist eine Frau oder die Türkin. Da zahlt sich der Schilling noch aus, wenn ihr wisst, Die Anwesenden wissen, was er meint, weil er diese Hymne mehrmals in der Woche vorträgt. Kurz nach Mitternacht sorgt der Wirt für eine rasche Räumung des Lokals. Im Nebenraum hat er schon vor einer halben Stunde das Licht abgedreht und den Stecker der Musikbox aus der Steckdose gezogen. Das Trinkgeld wird geteilt. Jander bekommt nur ein Drittel, was ihm der Wirt schon am Vormittag angekündigt hat. Der Josef, der an der nächsten Ecke am Trottoirrand steht, will noch mit Jander reden. Jander beginnt zu laufen. Jander Um halb eins komme ich in der Wohnung an, in der es bereits finster ist. Meine Kleidungsstücke stinken nach Zigaretten, nach Wirtshausküche, nach Bier. Ich wasche mir die Hände und die nasse Stirn. Die Kleider lasse ich alle in der Küche. Der Geruch kommt mit mir ins Zimmer mit. Vera liegt beinahe zur Gänze abgedeckt im Bett. Die Unterhose hat sie wieder an. Ich will sie aufwecken, weiß aber schon, dass ich es doch nicht tun werde, auch wenn ich die Arbeit im Wirtshaus auf Dauer aushalten könnte. Am 31. bin ich den letzten Tag dort. Ich muss jeden Nachmittag um drei Viertel fünf weg. Vera ist da noch nicht zurück, weil ihre Firma in einem Bezirk auf der anderen Stadtseite ist. Wir können einander Briefe schreiben. Als ich mich ins Bett lege, stöhnt Vera einmal, dreht sich noch weiter weg und schläft weiter. Ich liege auf dem Rücken und lasse mich selber in Ruhe. Ich bin wütend. Am Dienstag schreibt Yander wirklich einen Brief mit Kugelschreiber auf dem Block, nicht vergessen, über dem Gasherd. Yander will wissen, ob er Vera aufwecken darf, wenn er nach Hause kommt. Um halb eins ist Yander wieder zurück. Seine Hosenbeine kleben an den Innenflächen. Die Antwort ist Ja. Vera, so geht das nicht lang. Wir treffen uns nur, wenn einer von uns beiden im Halbschlaf ist. Gerd riecht dann jedes Mal wie ein Bierzelt. Ich habe jetzt noch mehr Angst, dass er nicht bleiben will. Wann ist endlich der Erste? Soll ich ihm sagen, er muss als Kellner sofort aufhören? Das traue ich mich nicht, weil ich ihn zu der vorübergehenden Arbeit ja fast gezwungen habe. Ich werde nichts sagen. Die Tage werde ich zählen. Gar nichts werde ich sagen. Am Freitag ist der Happy zum Zahlen dran. Seine erste Erkontozahlung wird jedenfalls empfindlich reduziert. Der Kurtl erscheint nicht im Lokal. Die Kellnerin ist ebenfalls weg. Dafür ist eine Dürre mit langen rot gefärbten Haaren da. Die Fritze hat gekündigt, erzählt der deprimierte Wirt jeden, der es hören will. Sie will heiraten, sagt das Gipsbein. Die Gäste am Stammtisch machen lange Gesichter. Das Gehalt hätte hier verdoppelt, sagt der Wirt, der nach Wein riecht und macht ein ungläubiges Gesicht. Jander weiß aber nicht, ob das Gesicht auf sein finanzielles Angebot oder darauf zurückzuführen ist, dass die Kellnerin dieses Angebot abgelehnt hat. Der Kurtl hatte einen Vogel, sagt Josef. Was anderes kann man da gar nicht sagen, meint der Ossi, der nach wie vor auf das Kuffsteiner Lied aus dem Musikautomaten verzichten muss. Jander kommt erst am Samstag dazu, Vera von der Kündigung der Kellnerin zu erzählen und von dem Grund für ihre Kündigung. Vera ist aber nicht besonders neugierig, ihr ist übel. Das Kind erklärt sie, weil alles, was ihr jetzt unvorhergesehen passiert, ihrer Meinung nach auf das Kind zurückzuführen ist. Dann fängt sie zu heulen an, weil Jander sagt, dass Vera und er eigentlich auch heiraten könnten. Vera schießt ihre Einkaufstasche durch die Küche. Der Jander ausweichen kann. Die Tanzmäuse im Käfig können nicht ausweichen. Für den 30. August hat sich Vera den Vormittag freigenommen. Der junge Schlorhaufer, der für das Freinehmen der Angestellten zuständig ist, hat sich nichts dagegen zu sagen getraut. Die Schwangerschaftsbestätigung hat Vera längst abgegeben. Vera und Jander gehen zum Magistrat des Bezirks. Standesamt erster Stock. Vera kennt den Weg besser als Jander, obwohl er gestern schon einmal zum ersten Erkundigen da war. Das Magistratsgebäude ist der übliche Rotziegelbau. Im Bad der wohnt die Feuerwehr. Ein schleichender Beamter ist gestern plötzlich hinter Jander gestanden, während Jander ziemlich ratlos vor den Türbeschriftungen abgewartet hat. Der Beamte hat Jander eine Liste überreicht. Auf der Liste war genau angegeben, was Heiratswillige benötigen. Der Beamte hat Bleistifthaken im Vorgedruckten gemacht. Zum Beispiel sind die Geburtsurkunden und die Heiratsurkunden der Eltern unbedingt erforderlich. Jander hat sich noch gestern die Dokumente bei den Eltern geholt, was wieder mit Vorhaltungen geendet hat, die über zwei Stunden angedauert haben. Heute erfährt Jander auch, dass Vera schon einmal verheiratet gewesen ist. Mit 23 war sie allerdings schon wieder geschieden. Jahrelang hat sie ihren Mann noch getroffen, der nach ihr eine Drogerie geheiratet hat. Vera hat das 312 Jander darauf aufmerksam, dass zur Hochzeit zwei Zeugen benötigt werden, die Bildausweise mitbringen müssen. Zuletzt holt der Beamte aus einem Nebenraum, der ebenfalls nur ein Kabinett ist, ein Buch, um den Termin zu vereinbaren. Vera und Jander entschließen sich für den 10. September. Das ist ein Samstag. Danach bleibt Jander mit Vera noch eine Stunde in einer Konditorei in der Nähe. Sie reden nicht viel. Jander ist müde. Um elf steckt Vera in die Straßenbahn. Jander geht heim. Schon am folgenden Tag kommen die ersten Geschäftsbriefe ins Haus. Hochzeitskleider zu Schleuderpreisen, Umstandskleider, zehn weiße Mercedes Daxen mit Blumenschmuck für eine imposante Hochzeit werden Vera und Jander angeboten. Zum Mittag steht ein Fotograf vor der Eingangstür und will sich von Jander nicht von der Türstaffel drängen lassen. Er behauptet, dass er aus Gründen die Jander bei dem vorliegenden Redetempo nicht versteht, von der bevorstehenden Hochzeit auf jeden Fall Fotos machen wird. Bilder können Sie dann bestellen, sagt der Fotograf und gibt Jander seine Visitenkarte. Ich werde keine Bilder bestellen, sagt Jander. Das überlegen Sie sich noch, sagt der Mann vor der Eingangstür und kneift und kneift das rechte Auge zu. Heiraten Sie nicht gern? Die Angebote nehmen auch an den nächsten Tagen kein Ende. Kücheneinrichtungen, Kleiderverleih, Friseur, Kosmetikgutscheine und ein Automobilclub. Am gleichen Mittwoch sagt Jander dem Wirt, dass er morgen nicht mehr auftauchen wird und geht schon um 22 Uhr Heim. Nach dem Verlust der Fritzi trifft den Wirt das ohnehin nicht besonders. An die Türe haben sich die Gäste noch nicht gewöhnt. Sie hat aber die gleiche Uniform mit dem kurzen Rock an. Lange Beine hat sie auch. Wiederholungen Donnerstag 1. September Herr Hammertl steht ihm wie an jedem Monatsersten frischen Arbeitsmantel vor dem Haupteingang. Der Arbeitsmantel ist Hochstapelei weiß Jander recht bald. Herr Hammertl begrüßt Jander und hinkt vor ihm ins Innere des Geschäfts. Hier im Zentrum der Stadt ist eines der beiden Geschäfte mit Detailverkauf aber auch die Zentrale des Unternehmens und der Versand in die Bundesländer. Ein Chauffeur ist krank sagt Herr Hammertl. Der fällt für länger aus, ein paar Wochen wahrscheinlich. Sie werden heute gleich einen Wagen übernehmen. Schwierig ist das nicht, sagt er und glaubt sich selber. Sie bekommen selbstverständlich einen Beifahrer. Der Beifahrer hat ebenfalls einen schwarzen, aber nicht frisch gewaschenen Arbeitsmantel an. Unter dem Arbeitsmantel hat er eine kurze Campinghose. Er heißt Gregora und holt im ersten Stock die Papiere für heute. Wir sind Räder und Mopeds, sagt er zu Yander und stopft die Papiere in seine Aktentasche. Mit dem Wagen müssen sie dann zunächst in den Bezirk in dem Yander jetzt wohnt. Der Lieferwagen ist ein älterer Ford Transit mit verbreiteter und überdachter Ladefläche. Nach hinten sieht man trotz der überlangen Seitenspiegel links und rechts fast nichts. Außer Yander gibt es noch zwei Chauffeure. Einer fährt mit einem roten Wellblech 2CV, ein anderer mit einem noch älteren Transitbus. Der Wagenbestand der Firma wäre im Technischen Museum gefragt, sagt Gregora. Die beiden anderen Chauffeure gehören nicht zur Mopedabteilung. Beim Anfahren Yander muss zuerst zwei Meter zurück fahren, platschen ein paar Liter vom Regenwasser, das sich auf der Plane gesammelt hat, auf das Autodach und die Windschutzscheibe. Yander stirbt der Wagen ab. Gregora lacht. Lach dich nicht Yander. Auf den ersten Kilometern verschaltet sich Yander immer wieder. In dem Wagen kommt er sich selber eher wie ein Flugzeugpilot vor. Die Niederlassung der Firma Lagerhallen, Werkstätten, Produktionshallen und sogar Lehrwerkstätten ist ganz in der Nähe von Weras Wohnung. Gregora und Yander müssen bis halb neun warten, weil da erst der große Lkw mit Anhänger aus Oberösterreich eintrifft. Gregora geht in der Moped Werkstatt von einem zum anderen. Er redet ununterbrochen, obwohl Yander das Gefühl nicht los wird, dass niemand Gregora zuhört. Yander sagt nichts. Wenn ein weibliches Wesen die Werkstatteinfahrt passiert, läuft einer der drei hier Beschäftigten auf den Gehsteig und pfeift. Die drei halten dabei eine Reihenfolge ein. Im Lastwagen und dem Anhänger sind Mopeds in zwei Etagen gelagert. Verpackt sehen sie, findet Yander wie vermumpte Turnierpferde in Ritterfilmen aus. Es sind insgesamt 84 Mopeds. Yander stellt sich beim Abladen recht ungeschickt an. Ein Moped fällt ihm von der Ladefläche auf die betonierte Fahrbahn. Die anderen, auch der Leiter der Werkstatt, helfen beim Abladen. Sie wissen, wie man mit Mopeds umgehen muss, kennen die richtigen Griffe. Gregora sagt, dass zum Aufarbeiten dieser Lieferung ein paar Tage nötig sein werden. Die nächste Lieferung kommt erst wieder am Mittwoch. Gregora und der Fahrer des Fernlasters trinken einen Schnaps. Die ersten 40 Mopeds sollen zum Frachtenbahnhof im Bezirk gebracht werden. Gregora befestigt die mitgebrachten Adressenkärtchen an den Lenkern, dann werden die ersten sieben Mopeds aufgeladen und zum Bahnhof gebracht. Mehr Mopeds passen nicht auf die Ladefläche des Transit. Als Jander auf dem Bahnhofs gelände rückwärts zur gemauerten Verladerampe schieben soll, kommt er zweimal nur ganz schief hin. Eine Seite ist jedes Mal fast einen halben Meter von der Brust hohen Mauer entfernt. Beim dritten Mal geht es halbwegs. Die Verladebeamten, die Gregora alle berdu kennen, wundern sich über Janders Fahrkünste. Jander glaubt das Wort Phantom zu hören. Die Mopeds werden von der Rampe wieder in eine größere Halle gebracht. Jander fährt den Wagen weg, macht dem nächsten LKW Platz und wartet auf dem kleinen Parkplatz. Gregora liefert die zu den Mopeds gehörigen Scheine inzwischen bei irgendeinem Schalter ab. Jander knöpft seinen Arbeitsmantel auf, der viel zu lang ist. Das Himbeerwasser, das er in einer Thermosflasche im Nylonsackerl hat, in dem sich auch der Führerschein befindet, ist ausgeronnen. Die Eintragungen und Stempel im Führerschein sind ziemlich verwischt. Wenn man genau hinschaut, ist immer noch zu erkennen, welche Prüfungen Jander gemacht hat und welche nicht. Jander legt den Führerschein auf den Nebensitz, der in der Sonne ist. Himbeerwasser trinkt man nicht, sagt Gregora nur und lacht wieder. Als sie bei der Rückfahrt zur Werkstatt an einem Verkehrspolizisten vorbeikommen, will Gregora wissen, ob Jander die Bordwand hinten wieder hochgeklappt und befestigt hat. Jander kann sich nicht erinnern, ist sowieso egal, sagt Gregora dann. Von vorne kann die Polizei den Fehler nicht ahnen und hinten hängt die Bordwand über die Nummerntafel. Der Transit ist ziemlich kaputt. Der rechte vordere Stoßdämpfer ist hin. Der erste Gang springt beim Anfahren manchmal heraus. Bevor die nächsten sieben Mopeds transportiert werden, trinken Gregora und Jander jeder ein Bier in einem kleinen Wirtshausgarten mit Sonnenschirmen. Am Nachmittag führt Jander eine komplette Wohnzimmereinrichtung vom 14. in den 21. Bezirk. Jander weiß nicht, wie viel Gregora, der diesen extra Transport vereinbart hat, dafür bekommt. Jander erhält 20 Schilling. Bei der Rückfahrt vom 21. Bezirk über die Schnellstraße sagt Gregora, dass sich Jander wegen der Verrechnung der Überstunden keine Sorgen machen muss. Gregora will die notwendigen Eintragungen beim Herrn Hammerl auch für Jander erledigen. Wegen der Überstunden macht sich Jander wirklich keine Sorgen. Gregora wird sich bestimmt nicht zu wenig Stunden aufschreiben. Mehr Stunden als Jander kann er sich auch schlecht bezahlen lassen. Vor der endgültigen Rückfahrt zur Zentrale bringen Jander und Gregora die letzten fünf Mopeds zum Bahnhof. Das geht jetzt sehr flott, weil Gregora die Papiere schon am Vormittag abgegeben hat. Jander kommt jetzt schon recht gut zur Verladerampe. Ein Lehrling, den Herr Neuhauser persönlich sprechen will, fährt mit zur Zentrale. Jander bleibt nicht beim Haupteingang stehen, sondern in der Seitengasse, wo ein Parkplatz Durchhalteverbotstabeln für die Firmenfahrzeuge freigehalten wird. Hier gibt es einen Nebeneingang, der direkt in den Backraum führt. Der Lehrling, Leo heißt er, geht in den ersten Stock. Jander glaubt, dass er den Lehrling von seiner Arbeit im Wirtshaus kennt. Der kann sich auf was gefasst machen, sagt Gregora, wenn sich der Chef einmal persönlich für einen interessiert. Bei diesem Satz duckt sich als würde ihn jemand bedrohen. Die beiden Backerinnen, die bis zu den Knöcheln in Holzwolle stehen, sind über 50 und dick. Eine hat einen braunen, die andere einen lichtblauen Arbeitsmantel an. Beide Mäntel glänzen. Die mit dem braunen Arbeitsmantel die gebleichte, zurückgekämpfte Haare hat, ist viel gesprächiger. Die andere sagt kaum etwas, ergänzt höchstens manchmal Sätze, die nicht von ihr sind, mit Bewegungen und Gesichtern. Der Lenker des 2CV steht vor dem Backtisch, weil die Backerinnen gerade die letzten Bahnpakete für heute verschließen. Gracora will von der gesprächigen Backerin, Frau Grete oder nur die Gretel einen ordinären Witz hören. Wahrscheinlich glaubt Jander, gilt sie als Dauerlieferantin für solche Witze. Weiß heute keinen, sagt sie. Die Frau Grete ist auch nicht mehr das, was sie einmal war, sagt Gracora und erzählt selber einen Witz. Er fängt ganz leise an und wird schnell lauter. Bei der Pointe lacht er selber so, dass die Gretel nach der Pointe zweimal fragen muss, um wirklich zu wissen, wie der Witz ausgegangen ist. Herr Hammerl schaut durch den Eingang zur Straße in den Backraum. Er verlässt mehrmals am Tag die Firma durch den Haupteingang, geht um die Ecke und birscht sich bis zum Backraum vor, um zu kontrollieren. Gleich sind alle still. Der gestern in der Zeitung gestanden ist. Es lachen trotzdem alle. Bahn erledigt, fragt er darauf, offenbar gut gelaunt, Gregora. Jawohl, sagt Gregora. Gut, sagt Herr Hammerl und klopft zuerst Gregora, dann Janda mit der flachen Hand auf den Rücken. Die Gretel tippt sich auf die Stirne. Sie wartet damit allerdings, bis Herr Hammerl ins Ersatzteillager weitergegangen ist, dass er auch mehrmals am Tag mit überfallsartigen Kontrollen beehrt. Die Gretel stellt Janda Fragen. Janda erklärt ihr, dass er kein Student ist, der nur ein Monat bis Semesterbeginn in der Firma bleiben will. Die Gretel kommt Janda nach dieser Erklärung freundlicher vor. Der Lehrling Leo sitzt in der Straßenbahn und Stadtbahn neben Janda. Er erzählt, dass er Schwierigkeiten mit der Firma hat, weil er unter den Lehrlingen für die Gewerkschaft eingetreten ist. Wieso hat die Firmenleitung das erfahren, will Janda wissen. Da bin ich überfragt, sagt Leo. Auf jeden Fall bin ich gerückt worden. Ist mir aber egal. Wirklich? Leo nickt. Janda wundert sich, dass die Befürwortung der Gewerkschaft schon ausreicht, um bei Neuhauser und Wimmer Schwierigkeiten zu bekommen. Janda erzählt Leo von seiner Lehrzeit als Kellner, dass es da Konflikte wegen viel geringerer Anlässe gegeben hat. An Gewerkschaft habe damals niemand nur im Entferntesten gedacht. Diese Konflikte gibt es immer noch, sagt Leo. Die sind auch bei uns in der Mehrzahl. Die werden ja direkt in Kauf genommen, damit Konflikte in unserem eigentlichen Interesse nicht vorkommen. Das hast du gelesen, sagt Janda. Na und, sagt Leo. Er selber, da ist Janda sicher, hat sich während seiner Ausbildungszeit niemals Gedanken über seine Situation als Lehrling gemacht. Leo wird sich nicht einschüchtern lassen, sagt er. Seit fast zwei Wochen der erste Abend mit Vera. Sie überlegen zuerst, was sie heute unternehmen könnten. Sie gehen dann nur ins Bett. Vera hat zwei Gläser Ribisselwein getrunken, was sie dazu veranlasst, Janda alle paar Minuten zu fragen, ob er sie mag. Janda sagt, ja, ja. Vera macht enttäuschtes Gesicht. Jetzt sagt er, ja. Janda erzählt von seinem ersten Arbeitstag, den er fast aufregend gefunden hat. Auch von Leo erzählt er und davon, dass ihn Leo zur Lehrlingsrunde eingeladen hat. Willst du da heute schon hingehen, fragt Vera. Heute nicht, sagt Janda. Warum nicht, will Vera wissen. Ich komme eh mit. Den heutigen Abend verbringen wir im Bett, sagt Janda bestimmt und trinkt die Flasche Riebissel Wein leer. Ja, ja, sagt Vera. Rehack Der Rudi steht neben ihm und ist mit dem Flippern beschäftigt. Neben am, beim Grand Autodrom, wird die Stimme des David Cassidy unterbrochen. Sie können noch zusteigen. Sie können immer noch zusteigen. Hinten sind noch drei Wagen frei. Kurz vor sechs Der Rudi und Rehack stehen beim Royal Guard Flipper, bei dem 2700 Punkte für ein Freispiel reichen. Der Rudi ist wie er Lehrling bei Neuhauser und Wimmer und hat aber ein ganzes Jahr Vorsprung. Der Bösmüller Walter ist auch da mit seiner Handelsschülerin, die er vor zwei Wochen aufgegabelt hat und seit er andauernd mit sich herumschleppt. Die beiden probieren es beim Casanova Flipper. Der Rürig Hugo steht auf dem Holzrand des Autothroms und hält seine Zigarettenschachtel. Er beobachtet ein Mädchen im Autothrom, das wahrscheinlich zum ersten Mal hier ist. Es ist schon 23. Bis vor einem Jahr hat Reha gerade angefangen, war er bei Neuhauser und Wimmer in der Spenglerei beschäftigt, hat aber jetzt zwei Mädchen auf dem Autostrich. Manchmal zahlt er was. Reha ist dran. Der Rudi nimmt Reha Beobachtungsplatz ein und lehnt sich gegen den Kasten vom benachbarten Eichkätzchen Schießstand. Das Rasseln, Läuten und Klimpen ist für ein paar Sekunden unterbrochen. Aus dem nicht einmal zwei Meter entfernten Musikautomaten ist nur der Bass der jeweiligen Platten zu hören. Der David Cassidy überdeckt alles. Jetzt Fahrchips einwerfen. Der Rührig Hugo fährt eine Runde mit. Er steckt seine Menthol Zigaretten in die linke Tasche seiner gestreiften Jacke und nimmt aus der anderen Seitentasche einen Chip. Er entscheidet sich für einen Wagen, der nur einen Sitz hat. Er schaut genauso aus, wie Zuhälter im Film ausschauen. Der Dreck Kasten will nicht, sagt der Rudi und versetzt dem Flipper einen Stoß mit dem Fuß, bevor er wieder mit Rehag Platz tauscht. Rehag sagt, die haben ihm wahrscheinlich wieder einmal die Hinterpfote hochgeschraubt. Wahrscheinlich, sagt der Rudi, untergelegt ist jedenfalls nichts. Die Kugel sagt heute wirklich verdächtig schnell ab. An sich ist der Royal Guard nicht schlecht, weil nur ziemlich schwache Randmagneten drinnen sind. Wenn der Besitzer der Halle, der selber blau uniformiert in der Wechselgeldkasse sitzt, draufkommt, dass es einem Flipper zu viele Freispiele gibt, sorgt er schon über Nacht dafür, dass der Automat hinten wesentlich höher wird. Der Bösmüller, der gerade sein letztes Freispiel verloren hat, kommt her und sagt, Kino, Reag schüttelt den Kopf. Was ist im Münstedt? Nichts. Im Mann von El Paso waren sie schon am Samstag. Seine Schülerin steht dabei, hat keine Bewegungen in ihrem Mausegesicht und sagt auch kein einziges Wort. Mitten auf die Stirn hat sie sich einen Punkt gemalt. Wir gehen jetzt gleich zum Edinger, sagt der Bösmüller, der seine rechte Hand nicht vom Hals seiner Begleiterin nimmt. Rehag Nach sieben kommen wir auch hin, schreit der Rudi, der sich aber vom Flipper nicht wegdreht. Er hat alle Buchstaben ausgelöscht, mit einem nicht zu überhörenden Knacksen, kündigt sich für ihn doch noch ein Freispiel an. 2840 Punkte. Na endlich, sagt der Rudi und geht zwei Schritte zurück. Der rührige Hugo hat mit seinem Wagen den Wagen des Mädchens in eine Ecke gedrängt und hält ihn dort fest. Immer wieder greift er nach ihren Haaren und ihrer Bluse. Er lacht dabei. Der Rudi grinst auch, weil er die Szene verfolgen kann, nachdem er Rehak den Platz beim Flipper überlassen hat. Rehak kann nur noch die richtige Endzahl helfen. Im Gasthaus Edinger serviert der Wirt selber, weil die neue Kellnerin allein nicht zurechtkommt. Der Fritzi jammert er noch immer nach. Vera und Jander sitzen jetzt doch beim Lehrlingstisch. Seit einigen Tagen gibt es beim Ediger Sturm. Um dreiviertel acht kommen Rudi Schratt und Fritz Rehak dazu. Rudi bleibt neben dem Tisch stehen. Was soll denn der Großvater da? fragt er und zeigt auf Jander auf Jander. Ich habe ihn mitgebracht, sagt Leo. Du hast niemanden mitzubringen, meint Rudi. Ich habe es erlaubt, meint Walter, der in dieser Runde, das merkt Jander nach wenigen Minuten, etwas zu sagen hat. Rudi setzt sich auf einen freien Sessel. Leo, der als einziger Lehrling bei Neuhauser und Wimmer beim Gewerkschaftsbund ist, sitzt neben Walter. Die anderen Lehrlinge nennen ihn Russ, weil er Gewerkschaftsmitglied ist. Er ist nicht übermäßig beliebt, ist aber trotzdem regelmäßig da, obwohl er das längst weiß. Im letzten Lehrjahr ist er auch schon. Die Lehrlinge sind fast jeden Abend beim Edinger, vor allem im Herbst und Winter, wenn die Spielhallen früher zusperren. Der Wirt war am Anfang nicht sehr gut auf die Lehrlinge zu sprechen. Mittlerweile ist der Lehrlingstisch sozusagen zum zweiten Stammtisch geworden und der Wirt hat sich beruhigt. Hermann, der bei der Elin lernt, spielt mit Walter 17 und 4, die Handelsschülerin heißt Stella und ist bestimmt noch keine 16. Rudi fragt sie dreimal hintereinander, wie sie wirklich heißt. Dann fängt er zu lachen an. Sie sitzt recht unbeteiligt dabei und lässt von Zeit zu Zeit ein gelbes Zuckerl zwischen ihren Schneidezähnen herausschauen. Nach dem zweiten Viertelsturm redet sie Blech. Ausgesprochenes Blech, meint Rudi, Walter ist es peinlich. Er stellt sie mit einem einzigen Satz ab. Der Punkt auf ihrer Stirn ist ein Stern. Irgendwann fängt Leo mit der Gewerkschaft an, was ein- oder zweimal in der Woche praktisch unvermeidlich ist. Bis jetzt war sein Einsatz allerdings ohne Erfolg. Immer der gleiche Schaß, sagt Hermann. Gib endlich eine Ruhe, verlangt Walter, der momentan ohnehin grantig ist, weil er schon mehr als 20 Schilling verloren hat. Das kostet ja was, die Gewerkschaft, sagt Edi, der wegen seiner großen Unterlippe Lippertl genannt wird. Er lässt sich noch am ehesten auf ein Gespräch mit Leo ein. Umsonst ist er tot, sagt Leo. Red nicht so blöd daher, unterbricht ihm Walter, der schon wieder zwei Punkte zu viel hat, weil er den Karo Zehner abgehoben hat. Was haben wir wirklich von der Gewerkschaft? Leo bringt seine bereits allgemein bekannten Gründe vor. Jander findet die genannten Gründe ausreichend. Walter, der selber drei Jahre in einem Bundeskonvikt war, bevor er wegen wiederholter Disziplinlosigkeit ausgeschlossen worden ist, weiß antworten, passende, wie seine Freunde glauben. Was ist das für eine Gewerkschaft, die mir nur das sichert, was mir sowieso zusteht? Eine Gewerkschaft müsste schon ganz anders ausschauen. Wer ist denn bei uns, beim Neuhause der Gewerkschaft? Der Leo und der Personalchef? Mein lieber Dick und doof. Das kann man ja ändern, versucht es Leo noch einmal. Das kann man ja alles ändern. Darauf kommt es ja an. Dazu muss man aber in der Gewerkschaft sein. Außerhalb kann man nur meckern. Das genügt mir, sagt Hermann, der zwar keineswegs mitbekommt, was Walter gegen die Gewerkschaft sagt, Leo aber deswegen nicht leiden kann, weil der ihm vor einem halben Jahr ein Mädchen ausgespannt hat. Also zum 35. Mal, sagt Walter, was macht der Gewerkschaftsbund für uns in unserer Firma. Wir kriegen verbilligte Theaterkarten, Opernkarten, Konzertkarten für den Musikvereinssaal und hin und wieder auch Karten für Sportveranstaltungen. Aber die kriegen wir auch, wenn wir nicht Mitglied der Gewerkschaft sind. Das Einzige, was sich bestimmt ändern würde, falls wir beitreten, ist das jährliche SB-Mai-Abzeichen, das wir dann gleich direkt ins Lohnkuvert kriegen. Und ein paar Schilling weniger, sagt Rudi. Ich rede von der Gewerkschaft, sagt Leo, und nicht von der SPÖ. Ich habe niemanden geraten, der SPÖ beizutreten. Ich bin ja selber nur in der Gewerkschaft. Und wer bei Neuhauser, außer den paar schwarzen Angestellten, im Personalbüro und der Buchhaltung, ist bei der Gewerkschaft und nicht gleichzeitig in der SPÖ, sagt Walter. Leo holt noch einmal Luft, Walter stoppt ihm sofort, Russ, jetzt hält's die Goschen. Zuerst lernst Kortenspielen, damit wir bezeiten zu einem Druck kommen. Dann reden wir weiter über deine Gewerkschaft. Für heute gibt Leo auf. So einfach mischt sich Yander ein, kann man das aber nicht vom Tisch wischen, was der Leo sagt. Du kannst das nicht beurteilen, sagt Lippertl, bis dir erst einen Tag in der Firma. Das sagt gar nichts, meint Yander. Aber Lehrling bin ich ja einmal gewesen. So lange ist das noch gar nicht her. Rudi lacht weiter. Offenbar hat er sich noch nie Gedanken darüber gemacht, dass auch der Beruf Kellner gelernt werden muss. Walter richtet sich auf. Kannst du Karten spielen? Yander sagt Ja. Der Rock? Ja. Das wird zuerst überprüft, bestimmt Walter. Dann unterhalten wir uns weiter. Gleich darauf findet er es schade, dass sie jetzt doch nur zu dritt interrogieren können. Ich kann es auch, sagt Vera. Sie auch? Wundert sich Walter und verbessert sich, weil Vera ihn ungehalten anschaut. Du auch? Hugo Rührig kommt um halb zehn. Er hat eine violette Nase von dem Wind draußen. Seine Sonnengläser beschlagen sich. Er nimmt sie trotzdem nicht herunter, weil er bei einer Stecherei letztes Jahr ein Auge verloren hat. Er erzählt von einem Zwischenfall, den den gerade vorhin gegeben hat, während er bei der Hauptallee zum Aufpassen an der Reihe war. Er schaut in Richtung Stella. Was ist mit dem Autodrom-Mädchen? will Rudi wissen. Nichts los. Wieso nicht? Die war ja noch nicht einmal vierzehn, sagt Rührig. Das hat man ja gleich gesehen, sagt Rudi. Na ja, schränkt Walter ein, mit nur einem Auge. Rührig stört das überhaupt nicht. Er nimmt sich eine Reno aus der Schachtel, lässt sich vom Lippertl Feuer geben und schaut weiter die Stella an, die seinem Blick ausweicht. Leo verlässt zugleich mit Vera und Janda das Gasthaus. Er verabschiedet sich erst bei Veras Haustür. Er will schon weiter gehen, dreht sich aber noch einmal um. Siehst jetzt, dass ich eine Ausnahme bin? Ja, sagt Janda. Die meisten verhalten sich doch so, wie wir uns in der Lehrzeit auch verhalten haben. Das ist leider typisch. Ich gebe nicht so schnell auf, sagt Leo und verabschiede sich zum zweiten Mal. Im Hausflur hält Janda Vera zurück, bevor sie das drei Minuten Licht einschalten kann. Was ist? Nichts, sagt Janda. Wir sind den ganzen Abend mit Lehrlingen zusammen gewesen. Na und? Bist du deswegen jetzt kindisch? Als Lehrling habe ich, wenn ein Mädchen dabei war, immer gewusst, was ich in einem dunklen Hausflur machen muss. Ich bin kein Mädchen, sagt Vera. Doch. Und was hast du gemacht, wenn ein Mädchen dabei war? Auf jeden Fall habe ich nicht das Licht aufgedreht. Vera. Er ist doch sehr schnell eingeschlafen, obwohl ich jetzt das Licht brennen habe lassen. Der Tag und der Abend haben ihm sicher gereicht. Egal, muss ich Wort überlegen, das ich zu ihm sage, jede Bewegung, die ich ihm gegenüber mache, jedes Gesicht, das ich aufsetze. Ich möchte vorsichtig sein, kann es aber sowieso nicht. Gerhard muss bleiben. Ich bin mir nicht sicher, nicht einmal die bevorstehende Heirat, auch wenn sie schon vorbei wäre, würde mich sicher machen. Ab wann ist man sicher? Rehak Halb elf Er lässt die Wohnungstür ins Schloss fallen und stellt die Tasche auf dem Bretterboden ab. Der Papa sitzt noch vor dem Fernseher. Irgendeine Sondersendung läuft. Die Marschmusik ist ziemlich laut. Der Papa hat wie immer seine Fersen auf dem Campingsessel vor der Couch. Beim Aufstehen jammert er dann meistens darauf los, weil ihm die Beine einschlafen. Er sagt Wie geht's? Wie steht's? Auf eine Antwort war er noch nie neugierig. Rehak geht an ihm vorbei ins Zimmer. Eine Frau aus dem 13er Haus, das während des Krieges ein Buff war, räumt ihm manchmal die Wohnung auf. Staub wischen, Staubsaugen, Fenster putzen. Die beiden Schwestern Rehax sind bei der Mama. Wenn von der Mama die Rede ist, schreit der Papa herum. Er zahlt über ein Drittel seines Verdienstes monatlich an sie. Zuerst hat er seine Stelle mehrmals gewechselt, hat aber dann ziemlich bald eine bedingte Gefängnisstrafe bekommen, weil er sich dadurch wiederholt seiner Unterhaltspflicht entzogen hat. Die Frau aus dem 13er Haus ist manchmal auch am Sonntag da. Ein verlässliches Zeichen für erbaldiges Erscheinen ist, wenn sich der Papa mit der Klinge rasiert. Reag geht dann ins Kino. Einführung für Arbeiter Was weiß ich, ob du es kannst? Du musst es dir jedenfalls vorstellen. Hier gibt es gar keinen Bezirk, verstehst du? Obwohl der auf jedem Stadtplan drauf ist. Hier gibt es nur die Fabriken und Kleinbetriebe, die sind gleichzeitig der Bezirk, weil die Häuser nur Vorzimmer der Fabriken und Betriebe sind. Deine Maschine, bei der du jetzt anfängst, kenne ich nicht, von der habe ich keine Ahnung. Den Meister brauchst du nicht fragen, der wird dir nicht helfen. Frage an einen Kollegen, der die Maschine kennt, der kann dir sagen, wie sie ist, auf was du bei ihr hören musst. Der Meister der redet nur, schaut aufs Tempo, gibt Anweisungen, die Kommandos sind, der besteht bloß aus Sätzen. Laschieren kannst du hier nicht, du musst auf Draht sein, du sei vorsichtig, du musst auf Zack sein, dem kannst du nicht sagen, und und sonst ist es wahrscheinlich auch besser, wenn du den Mund nicht aufmachst. Wenn du was sagst, bist du am nächsten Tag bei einer anderen Maschine, bei einer anderen Type, bei der es andere Handgriffe gibt. Du hast dann schnell vier oder 500 Schilling weniger in der Woche. Ich habe es nur einmal probiert in den drei Jahren, die ich jetzt im Betrieb bin. Der Betriebsratsobmann, der stellt sich schon noch mit einem Händedruck und einem Lächeln ein, kennt nur ein Wort, das heißt abwarten. Der ist immer fürs abwarten gewesen. Er hat abwarten gesagt, jedes Mal, wenn uns die Minuten durch die neuen Kalkulationen kürzer gemacht wurden. Er hat abwarten gesagt, als der Abteilungsleiter Kalinger einen Hilfsarbeiter so lange provozierte, bis der die Nerven verlor, zu Rempeln begann und Kalinger hinlangen konnte. Der Hilfsarbeiter hat eine Anzeige gemacht, ist kurz darauf wegen firmenschädigenden Verhaltens entlassen worden. Der Betriebsratsobmann hat abwarten gesagt, als dem Dreher Nemetsch gekündigt worden ist, weil er zweimal im Jahr im Krankenstand war. Der Linksblock hat bei uns bei den letzten Wahlen nicht mehr kandidieren können, weil die notwendigen Unterschriften für die Kandidatur nicht zusammengebracht wurden. Fast keiner hat sich zum Unterschreiben getraut, weil von allen Seiten auf die möglichen Folgen für die Unterschreibenden hingewiesen wurde. Die paar, die doch unterschrieben haben und noch im Betrieb sind, kannst du mit fünf Fingern abzählen. Der Arbeiterbetriebsrat ist übrigens sehr gut mit dem Angestelltenbetriebsrat. Ich kenne persönlich keinen einzigen Angestellten, höchstens vom Sehen. Die kommen dir auch hier in den Hallen nicht vor die Augen. Beim Mittagessen sind sie eine Stunde später dran. Und Tischtücher kriegen sie auch. Und am Abend sind sie in anderen Bezirken daheim und in anderen Lokalen. Von der Gewerkschaft fängst du besser nicht zu reden an, weil es wirklich blöde Arbeiten gibt. Die beiden Portiere vorn bei der Ausfahrt sind die Betriebsunfälle der letzten drei Jahre. Vera weckt Janda in der Früh, bevor sie aus der Wohnung geht. Janda verlässt nach zehn Minuten das Haus, wartet auf die Straßenbahn, steht in der Straßenbahn länger als eine Viertelstunde, ist er nicht unterwegs. Ein Schüler mit Schultasche auf dem Rücken bietet Janda seinen Sitzplatz an. Ich bin noch nicht hundert, sagt Janda. Der Schüler setzt sich aber trotzdem nicht mehr auf den freien Platz, der jetzt drei Stationen lang frei bleibt. Gragora hat bereits die Autoschlüssel beim Herrn Hammarl abgeholt. Er sitzt auf dem Tisch bei den Packerinnen und hält ein noch halbvolles Kaffee-Everl in der Hand. Auch Kaffee? fragt die Gretel Janda. Sie können jeden Morgen einen Kaffee haben. Auf einem Mauervorsprung vor dem einzigen Fenster zur Straße steht ein Elektrokocher. Auf dem Elektrokocher steht eine respektable Espressomaschine. Die Gretel gießt Janda ein. Mit Zucker oder Süßstoff? fragt sie. Süßstoff, sagt Janda sofort, obwohl er noch nie Kaffee mit Süßstoff getrunken hat. Er weiß auch nicht, warum er sich ebenso festgelegt hat. Womöglich kann er jetzt wochenlang Kaffee ohne Zucker trinken. Heute liefern Gragora und Janda Mopeds an Einzelhändler in verschiedenen Bezirken. Manche der Händler bestehen darauf, dass die Mopeds ausgepackt werden. Abschälen nennt das Gragora. Andere Händler bestehen darauf, dass die Verpackung nicht angerührt wird. Gragora erklärt Janda, wie man sich am besten bei den jeweiligen Händlern verhält. Da weiß er Bescheid. Er weiß auch immer genau, ob und wie viel Trinkl es gibt. Wie er sich in der Firma für mehr Lohn einsetzen könnte, weiß er sicher nicht, glaubt Janda. Im Auto redet Gragora auch dauernd. Es mangelt ihm keinesfalls an Anlässen und Einfällen. Er ist auf alles vorbereitet. Trottelte Herr Jud, die Frau Huer. Am Abend will Leo mit Janda und Gragora ins Zentrum mitfahren. Gragora lehnt ab. Er hat Angst, sagt er, die Firmenleitung könnte erfahren, dass mit dem Wagen Privatfahrten unternommen werden. Ausgerechnet der, sagt das, denkt Janda. Über eine Straße gehen. Im Radio hat es Janda am Abend gehört, hat sich aber zu keiner bestimmten Reaktion entschließen können. Irgendeiner, der sich von Rundfunkleuten Protestsänger nennen lässt, hat Gedichte vom Hamburger verdohnt und als Langspielplatte herausgebracht. Zwei von den Gemeinschaftsarbeiten sind auch dabei. Janda ruft Hamburger von der Telefonzelle beim Backeingang an, obwohl er sich bei Hamburger wirklich nicht mehr melden wollte. Als Hamburgers Stimme zu hören ist, benötigt Janda keine Einleitung. Er will sofort wissen, ob sein Name als Textautor auch auf den Umschlag der Langspielplatte drauf ist. Wieso willst du das wissen, fragt Hamburger. Wenn ich drauf bin, muss ich irgendwann ein Honorar kriegen, sagt Janda. Geld brauche ich immer. Du stehst nicht drauf, gibt Hamburger zu. Warum nicht? Schau, sagt Hamburger langsam, auf der Platte sind zwölf Songs. Nur ein paar Sätze sind von dir. Wahrscheinlich hast du die wenigen Sätze auch nur irgendwo aufgeschnappt. Du wirst doch zugeben, dass dein Beitrag minimal gewesen ist. Das gebe ich nicht zu, schreit Janda, weil er schon im Pfad ist. Er hat sich erst nach dem zweiten Enzern über die Straße in den öffentlichen Fernsprecher getraut. In beiden Liedern ist der Refrain von mir. So unwichtig ist das nicht. Du wirst nicht zugeben, dass bei diesen beiden Liedern dein Beitrag minimal war. Hamburger redet erst nach kurzem Schweigen weiter. Außerdem musst du berücksichtigen, dass ich diese Gedichte, die Gemeinschaftsarbeiten vom letzten Jahr, nur geschrieben habe, um dir zu helfen, nach dem Selbstmordversuch. Ich habe das Schreiben von solchen Gedichten nicht nötig. Du lügst, sagt Janda. Warum rennst du dann immer noch mit den Texten herum? Hamburger gibt wieder keine Antwort. Also was ist, sagt Janda. Du weißt ja, warum ich anrufe. Ich brauche Geld. Ich auch, sagt Hamburger. Willst du mich klagen? Nicht unbedingt. Du könntest ja freiwillig was hergeben. Die paar Groschen, die dir zustehen, kannst du gerne haben, sagt Hamburger. Es macht ungefähr, aber nicht genau, zwei Schilling aus. Du lügst, wiederholt Janda. Nein, sagt Hamburger. In der folgenden Pause bereut Janda schon, Hamburger angerufen zu haben. Er schaut auf die Gesprächsuhr, weil er hofft, dass das Gespräch jeden Moment zu Ende sein muss. Wir erwarten ein Kind, sagt Hamburger. Jetzt hat er keine Einleitung gebraucht. Janda hängt sofort ein. Er denkt sich Hamburger mit einem Bauch bis zu den Knien und ewig im Liegestuhl. Sie liest ein Taschenbuch über Säuglingspflege. Janda fällt jetzt auf, dass Hamburger offenbar fest überzeugt davon ist, dass der Selbstmordversuch vom letzten Jahr ein richtiger Selbstmordversuch war. Janda Hamburger ist ein Arschloch. Ich mache mir immer wieder lächerliche Hoffnungen. Damit muss ich endgültig aufhören. Aus der Richtung ist für mich nichts zu erwarten. Ich bin kein Künstler. Mein Arbeitsplatz ist eng, auch wenn ich mit dem Wagen den halben Tag unterwegs bin. Meine Wohnung ist eng. Mein Leben ist eng. Das trifft sich. Erwarten kann ich da auch nichts. Ich rufe ihn nicht mehr an. Bestimmt nicht. Ruhe und Ordnung Vera ist bei der zweiten Untersuchung beim nächsten Frauenarzt, der alle Kassen hat. Das Wartezimmer ist, selbstverständlich, denkt sie, voll. Der Ventilator bewegt sich nicht. Vera muss über zwei Stunden warten. Im Ordinationszimmer geht dann alles sehr schnell. Der Arzt will wissen, in welchem Spital Vera entbinden will. Weil sie nichts antwortet, schreibt er ihr eine Überweisung für das einzige Spital im Bezirk. Bei der kurzen Untersuchung entdeckt der Arzt ein kleines Gewächs am Gebärmutterhals, das unbedingt entfernt werden muss. Der Arzt will den Eingriff gleich vornehmen. Vera sagt, nächste Woche. Anzeige Hallo Lehrling, deine Eltern kennen Neuhauser und Wimmer bestimmt. Frag sie ruhig einmal. Jetzt will Neuhauser und Wimmer dich kennenlernen. Als Betrieb mit eigener Lehrwerkstätte und qualifiziertem Ausbildungspersonal garantieren wir erstklassige Ausbildung. Aufstiegsmöglichkeiten im Betrieb. Beste Bezahlung, schon während der Lehrzeit. Schreib uns einfach, wenn du uns kennenlernen willst. Oder ruf an. 33 93 98 Klappe 14 Durchwahl. Herr Ingenieur Knottek Rehak Der Rudi hat gestern irgendwo, nähere Auskünfte gibt er nicht, ein Blechschild abmontiert. Auf dem Schild steht, Achtung, Hochspannung. Er hat es in seiner Tragtasche. Während wir bei den Frühstücksbroten sitzen, zeigt er mir das Schild in seiner Tasche. Gleich darauf hat er die passende Idee. Er schiebt einen Wagen, auf dem eine Palette mit zwei halben fertigen Türen steht, bis zur Tür der Galvanisierung. Dort hängen ein paar isolierte und nicht mehr verwendete Kabel aus der Wand. Der Rudi befestigt sein Schild an einer der Türen. Nach der Frühstückspause findet der Schöffel, dessen Palette der Rudi erwischt hat, seinen Wagen nicht. Als er ihn entdeckt, traut er sich nicht ganz hin und holt sich zwei andere Hilfsarbeiter zur Hilfe, die genauso ratlos vor den Metalltüren mit dem Hochspannungsschild stehen. Der ebenfalls herbeigeholte Abteilungsleiter beendet nach fünf Minuten mit einem Butausbruch die Unklarheiten. Wir können durch die Fenster der Werkstätte im ersten Stock alles genau verfolgen. Der Schöffel ist jetzt bald 25 Jahre im Betrieb. Er hat als Hilfsarbeiter angefangen und ist immer noch Hilfsarbeiter. Er fährt mit den Handwagen von Abteilung zu Abteilung. Die Arbeiter schicken ihn gern in den April, auch wenn gar nicht April ist. Für die elektrischen Stapler hat der Schöffel ein ausdrückliches Verbot. Diese Woche bin ich für das Milchholen um acht und für das Zurückbringen der geleerten Halbliterflaschen um zehn dran. Immerhin ist das eine gute Gelegenheit, um länger von der Werkstätte wegzubleiben. Da ist jetzt schon die dritte Woche nichts los. Ununterbrochenes Fertigen der gleichen Werkstücke. Das erste Lehrjahr ist mit der Herstellung von Werbegeschenken beschäftigt. Nicht einmal neue Handgriffe gibt es. Das Einzige, was nicht zum voraussehbaren Tagesprogramm gehört, sind die Bemerkungen der fast ausgelernten Lehrlinge, die sich zum Teil ziemlich aufhören und ihre Kenntnisse der firmenüblichen Ausdrücke und Beweis stellen müssen. Die Bemerkungen kann ich jetzt auch bald alle. Eine richtige Firmensprache. Um vier lässt uns der Zytil, ein hinkender Hilfsarbeiter, der während des Tages den Hof kehrt, in den Waschraum, den er hinter uns wieder abschließt. Nach zehn weiteren Minuten können wir in den Umkleideraum. Wir müssen uns waschen, die Arbeiter können darauf verzichten. Es muss recht schnell gehen jeden Tag, weil zehn vor halb fünf die Arbeiter kommen. Bis dahin hält sie der Zytil ausgesperrt und dabei ist er auf die Sekunde genau. Deswegen ist er vielleicht noch unbeliebter als der Personalchef in der Zentrale oder der Direktor. Die Waschmittelflaschen im Waschraum sind leer. Schweinerei, sagt Rudi. Mit gewöhnlicher Seife kriegst du den Dreck nie ganz runter. Jander hat selber gekocht. Er nennt das Ergebnis Reisfleisch. Auf jeden Fall ist der entstandene Brei sehr scharf. Er trägt den Topf mit zwei Geschirrtüchern zum Küchentisch. Wer soll das essen, will Vera wissen, als sie feststellt, dass der Topf bis oben voll ist. Jander zuckt die Achseln. Was auf den Tisch kommt, wird gegessen, sagt er dann. Und Vera ist einen Augenblick nicht sicher, ob er das ernst meint oder nicht. Bis dann alles restlos verzehrt ist, stehen vier leere Bierflaschen auf der Tischplatte. Was ist, sagt Jander, als eine Pause zu lang zu werden droht? Nichts. Ich bekomme keine Luft. Was soll sein? Du schaust so, meint Jander. Wie schaue ich? Ich weiß es nicht. Komisch. Ja, sagt Jander. Vielleicht sollte ich verschwinden. Vera sagt. Spinnst du? Willst du nicht mehr bleiben? Doch, antwortet Jander. Du musst nicht. Ich komme allein zurecht. Gib nicht so an. Jedenfalls, redet Vera weiter, brauchst du dich nicht für mich verantwortlich zu fühlen. Ich fühle mich nicht für dich verantwortlich. Nur für mich selber. Das aber auch zum ersten Mal. Deswegen bleibe ich. Verstehst? Ich kann es mir ja gar nicht leisten, dauernd die Stelle zu wechseln. Verstehst? Vera sagt, ich glaube schon. Vera. Gerhard und ich treten schon wie ein Ehepaar auf. Wie ein altes Ehepaar. Mir fällt das aber nur manchmal wirklich auf. Mir ist es eigentlich gleich. Nein, es ist mir irgendwie sogar recht. Die Kolleginnen sagen, seit er mich einmal abgeholt hat, er ist zwar nett, aber zu jung für mich. Ich soll mir was im Alter passendes einfangen. Die haben keine Ahnung. Ich habe ihn nicht eingefangen. Lang werden wir jetzt nicht mehr als Ehepaar auftreten. Ich werde nicht immer mitgehen können. Ich werde nicht immer mitgehen können, obwohl ich immer eine sein wollte, die ihre Schwangerschaft nicht wie eine Krankheit zur Schau trägt. Mir wird nicht mehr schlecht. Ich bin nur müde. Um sechs veranstalten die Lehrlinge ihr regelmäßiges Fußballspiel im Augarten. Glas-Scherben-Wiese neben dem Nazi-Bunker, der nicht abgerissen werden kann, weil bei den notwendigen Sprengungen die Fensterscheiben im Halmbezirk draufgehen würden. Viel ist von der Wiese nicht übrig geblieben, weil letztes Jahr ein Pensionistenheim hingebaut wurde. Das Heim ist schon von den Pensionisten bezogen worden. Für einen Platz in diesem Heim werden im Monat 4.800 Schilling verlangt. Damit kommt das Heim für die Pensionisten im Bezirk überhaupt nicht in Frage. Der Rest der Wiese ist für die Hunde und zum Fußballspielen. Am Dienstag, wenn die Lehrlinge ankommen, weichen die Hundebesitzer zu den Allee-Kastanien aus. Außer den Lehrlingen sind nur ein paar Schüler in Trainingshosen aus den unteren Hauptschulklassen da. Zwei von ihnen dürfen wie immer im Tor spielen. Die anderen stehen hinter den Toren aus Pullovern und Hosen und warten darauf, wenigstens den Ball holen zu dürfen oder die Stelle des Tormanns zu übernehmen, wenn der erste voll ins Gesicht getroffen wird. Die Lehrlinge schießen scharf und versuchen es erst gar nicht mit plassierten Schüssen. Wer einen der Hauptschüler umschießt, hat die Lache auf seiner Seite. Leo spielt sogar mit Fußballschuhen. Er nimmt die ganze Angelegenheit richtig ernst. An der Jagd auf die Tormänner beteiligt er sich nicht. Jander spielt auf Leos Einladung mit. Den Ball spielt er immer schnell ab, damit es nicht auffällt, dass er nicht besonders Fußball spielen kann. Werer steht bei den Hauptschülern hinter dem Tor. Ist dein Schatten immer mit? will Rudi von Jander wissen. An den Samstagnachmittagen sind die Lehrlinge auch oft hier, obwohl sie da die Wiese meistens von den Gymnasiasten säubern müssen. Nach dem Spiel sitzen alle in einem Kaffeehaus beim Sachsenplatz. Bier ist hier Pflicht. Studenten sind auch immer da, aber auf der anderen Seite der Theke. Die spielen Domino und Memory. Leo macht heute keinen Versuch. Nach 22 Uhr, schon auf dem Gehsteig vor dem Lokal, fangen Lippertl und Leo an zu streiten. Wegen nichts, denkt Jander. Die Situation kommt ihm bekannt vor. Er will die beiden trennen. Nicht einmischen, verlangt Fritz. Lippertl ist stärker. Er schlägt Leo in den Magen und stößt mit dem rechten Knie zweimal nach. Dann hält er seinen Kopf fest und fordert alle auf, Leo Fußtritte zu versetzen. Keiner lässt sich da bitten. Zuletzt lässt Lippertl seinen Gegner nach hinten über seine rechte Schienbein kippen. Leo blutet aus der Nase. Die Lehrlinge lassen ihn beim Wallenstein-Kino vor dem Programm von morgen stehen und gehen die Kreise-Neckergasse hinunter zum Hannover-Markt. Lippertl gibt jetzt besonders an. Vera bleibt neben Leo stehen und hält ihm ein Papiertaschentuch hin. Leo nimmt es und läuft weg. Ganz schön blöd, sagt Vera. Unsere neuen Freunde. Die Lehrlinge kommen mittlerweile auf dem Marktgelände an. Neben einem der erst vor ein paar Jahren neu errichteten Marktgeschäfte stehen ein paar volle Obststeiger und Gemüsekisten. Äpfel, Weintraub, Weißgrot und Kaffiol. In kürzester Zeit ist eine Schlacht im Gange, bei der vor allem das Kraut und der Kaffiol verschwendet werden. Die meisten Krautköpfe zerplatzen auf dem Asphalt. Ein Liebespaar, das in der Ottmar-Gasse auftaucht, zwingt die Lehrlinge zu einer Unterbrechung. Das Paar biegt in die Hannover-Gasse ein und bleibt dann stehen. Lippertl, der wirklich in Schwung ist, zielt mit einer vollen Rahmflasche auf das Paar, verfehlt aber knapp. Die Flasche zerspringt. Die beiden laufen davon und schreien um Hilfe. Sind gar nicht von hier, sagt Lippertl quasi als Rechtfertigung. Die Lehrlinge beschäftigen sich jetzt mit den Milchflaschen. Sie schießen nicht wie sonst oft auf Flaschen, sondern mit Flaschen. Allerdings müssen sie dann ziemlich bald in Richtung Brigitterkirche davon, weil eine Funkstreife zu hören ist. Vera und Janda sind noch in der Nähe, werden von einem der Polizisten nach den Vorfällen gefragt, die mehrmals telefonisch gemeldet worden sind und nach der Richtung, in der die Verursacher geflüchtet sind. Janda gibt eine falsche Richtung an. Der Polizist bedankt sich und salutiert. Wirklich, ganz schön blöd, sagt Vera noch einmal. Janda sagt nichts. Rehak In seinem Zimmer ist es viel kühler als draußen. Der Papa ist nicht daheim. Im Fernsehen ist nur mehr das Programm für morgen. Im Eiskasten ist eine halbe Mettwurst. In der Kredenz sind Semmeln von gestern. Die Duchend ist kalt. Rehak zieht einen Pyjama an. Er möchte ein Radio laut aufdrehen. Sein rechter Arm tut weh. Nicht einmal eine volle Rahmflasche haben sie mitgenommen. Das Froschfest Andrea und Harald reden von Scheidung, während Janda nur kurz bei ihnen ist. Harald ist draufgekommen, dass Andrea Hamburger ohne sein Wissen regelmäßig trifft. Sie wirft ihm vor, dass er hinter der Untermieterin, die Jan das Platz eingenommen hat, her ist. Die Großmutter ist gestorben. Harald sitzt mit einer Doppelliterflasche beim Wohnzimmertisch und lässt den Flaschenhals nicht aus. Die junge Untermieterin, die einen sechsjährigen Sohn hat, der gerade mit der Volksschule anfängt, redet auf Andrea ein, versucht sie zu beruhigen. Der Sechsjährige hält in einem großen Kochhefen auf dem massiv gemauerten Balkon ein paar Unken und Molche gefangen. Die Molche klettern ihm manchmal in der Nacht heraus und finden nicht mehr zurück. Die sehen dann aus wie vertrocknete Blätter, sagt er. Und Herbst ist außerdem, sagt Harald. In einem weißen Lavor schwimmt ein Sonnenbarsch. Das Kind von Andrea und Harald kann schon gehen. Er steht immer wieder beim Blechgefäß, zeigt mit den Fingern hinein und sagt Frosch. Der Sechsjährige sagt Unken und schüttelt, entrüstet den Kopf. Vera und Jander sitzen schon am Wirtshaustisch beim Edinger, als Leo, Fritz und Rudi kommen. Sie waschen sich zuerst über der Barsena noch einmal die Hände mit Kernseife. Die Seifenflasche in der Firma sind noch immer leer. Dreckspuren bleiben trotzdem in den Falten und Bohren. Der Wirt bringt Sturm zum Tisch. Zurzeit fragt er die Lehrlinge gar nicht, was sie trinken wollen, weil die Lehrlinge seit Tagen nur Sturm trinken. Dabei hätte ich jetzt Appetit auf ein Bier, sagt Fritz, als der Wirt vom Tisch zur Schank zurückgegangen ist. Nach wenigen Sätzen greift Leo in seine Aktentasche und holt einige vorgedruckte Zetteln heraus. Einen schiebt er auch Jander über das Tischtuch hin. Was ist das? Zuerst lesen, sagt Leo. Rudi ist zuerst mit dem Lesen fertig, kennt sich aber immer noch nicht aus. Also was ist das? Das ist ein Antragsformular zur Einleitung eines Volksbegehrens. Rudi und Fritz schauen Leo an. Fritz hält einen Bierdeckel vor seinem Mund. Und Vera und Jander sind noch beim Lesen. Zur Abschaffung des Bundesheers, setzt Leo fort. Hört sich ja gut an, findet Fritz. Heute habe ich von den Kollegen schon 20 Stück ausfüllen und unterschreiben lassen. Bei fast 400 Kollegen ist das ja nicht zu viel, sagt Jander, der sein Blatt weggelegt hat. Gib mir einen Kugelschreiber, verlangt Rudi. Das nützt nichts, wenn du unterschreibst, erklärt Leo. Es gilt nur, wenn Volljährige unterschreiben. Ich bin ja auch nicht volljährig, sagt Fritz, wenn ich einrücken muss. Mir musst du das nicht erzählen. Es liegt ja auch nicht an mir oder den Initiatoren dieses Volksbegehrens, dass du das nicht unterschreiben darfst. Du kannst dir aber ein paar Formulare heimnehmen. Dein Vater könnte ja zum Beispiel unterschreiben. Fritz lacht, weil er genau weiß, dass sein Papa sowas nie unterschreiben würde. So ein Volksbegehren war doch schon einmal, sagt Vera. Stimmt, antwortet Leo. Ist aber eingeschlafen nach ein paar Monaten. War aber wirklich gar nicht so schlecht, dass nichts daraus geworden ist. Wieso, will Fritz wissen. Damals war statt der allgemeinen Wehrpflicht ein Berufsherr vorgesehen, erklärt Leo. Verstehst? Und Fritz versteht wieder nicht, obwohl er zustimmend nickt. Jander nickt auch. Nach ein paar weiteren Minuten treffen Walter, Stella und Rürig ein. Leo will Rürig unterschreiben lassen. Der will aber nicht. Ich war schon beim Paras, sagt er. Mich interessiert das überhaupt nicht. Wenn ihr es genau wissen wollt, ich habe sogar drei Monate länger gedient, freiwillig. Wozu, fragt Jander. Das hat mir mein Alter eingeredet. Dafür bin ich jetzt Reserveoffizier. Allerhand, meint Jander und unterschreibt ein Antragsformular. Vera unterschreibt auch eines. Wenn du schon beim Heer warst, sagt Leo, dann weißt du ja Bescheid. Dann unterschreib wenigstens für die, die noch nicht dabei waren. Rürig weigert sich weiter. Sind die dir egal? Wird ihnen schon nicht schaden, das bisschen Bundesheer. So schlecht war es ja gar nicht beim Heer. Wie war es dann, fragt Walter. Ein Kasperltheater. Ein richtiges Kasperltheater. Kasperltheater, sagst du? Ja, Kasperltheater. Aber ein Kasperltheater, meint Leo, brauchst du doch nicht noch hinterher unterstützen. Gehör mir auf, sagt Rürig. Die sind doch wirklich für nichts gut beim Bundesheer. Ein harmloser Haufen. So harmlos wird er auch nicht, mischt sich jetzt Jander wieder ein. Wozu wird es denn gebraucht? Zum Pisten präparieren, wenn ein Skirennen oder ein Skispringen ist. Und für Katastropheneinsätze. Siehst du, unterbricht ihm Rürig, dessen Brillengläser schon wieder beschlagen und sicher fast undurchsichtig sind. Ist er doch ein ganz brauchbarer Verein. Eben nicht, sagt Leo. Im Gegenteil. Für solche Einsätze könnte man ja extra was machen. Was Billigeres und Besseres. Dafür brauchen wir kein Bundesheer. Außerdem, Österreich ist ein neutrales Land. Es gibt keine Verträge, die uns vorschreiben, dass wir ein Heer haben müssen. Und was ist, wenn wirklich was passiert? Grenzzwischenfälle oder ein richtiger Angriff? Glaubst du an sowas? Fragt Vera. Rürig zuckt mit den Achseln und trinkt sein Glas leer. Wer soll uns angreifen? Will Walter wissen. Die Ungarn? Die Tschechen? Lichtenstein? Ich weiß es nicht. Ein einzelner Staat kann uns gar nicht angreifen, sagt Walter. Weil die alle zu irgendeinem Militärbündnis gehören. Ich glaube nicht, dass uns wer angreift. Am ehesten wird das Bundesheer gegen uns selber eingesetzt. Leo nickt. Rudi und Fritz, die jetzt nicht mehr mitreden, wundern sich. Sie können sich nicht erinnern, dass Walter irgendwann mit Leo einer Meinung war. Das verstehe ich nicht, sagt Rürig langsam. Falls längere Zeit gestreikt wird, versucht Leo zu erklären, zum Beispiel. Wir streiken doch nicht. Du natürlich ganz bestimmt nicht, das ist klar, weil du nicht mehr im Betrieb bist. Deine Katzen, die dir das Geld heimtragen, könnten höchstens streiken. Gib her, Russ, sagt Rürig. Ich unterschreibe, bevor du mir ein Loch in den Bauch redest. Rürig unterschreibt wirklich. Leo lässt die Füllfederunterschrift eintrocknen und legt dann das Formular zu den anderen, die er in einem braunen, abgegriffenen Buch gesammelt hat. Was ist das wieder, fragt Rudi. Leo nimmt die Formulare auf dem Buch und legt es mitten auf den Tisch. Krieg dem Kriege steht auf dem Umschlag. Das ist 1926 herausgegeben worden, erzählt Leo. Im Buch sind mehrere violette Stempel. Bibliothek sozialdemokratischer Straßenbahner, 1930. Es ist ein Buch mit Fotos aus dem Ersten Weltkrieg und der Nachkriegszeit. Mit Kommentaren über Kriegsursachen, Kriegshetze und Kriegsfolgen. Das Buch ist den Schlachten-Denkern, den Schlachten-Lenkern und allen Kriegsbegeisterten gewidmet. Meist gehören zwei Bilder zusammen. Einmal ist zum Beispiel links ein Tennisspieler zu sehen und rechts ein armamputierter Arbeiter, der mit einer Prothese beim Schraubstock steht. Darunter ist geschrieben, der deutsche Kronprinz als Schwerarbeiter und der kriegsverletzte Proletarier bei seinem täglichen Sport. Im zweiten Teil des Buches sind Bilder von Kriegskrüppeln aneinandergereiht. Zerschossene Köpfe mit Namen. Bei manchen bestehen die Gesichter fast nur mehr aus Plastikteilen. Zuerst lachen die Lehrlinge noch, dann nicht mehr. Um halb neun wird gezahlt. Im Lustspieltheater ist heute der Original Dracula. Im Freien hält Jander Leo etwas zurück. Geänderte Taktik, sagt Jander, nicht? Falsch, fragt Leo zurück. Rehak. Im Kino bleibt er so lange am Beginn der ausgewählten Reihe stehen, bis er sich einen Platz neben der Steller gesichert hat. Sie fürchtet sich und drückt sich an den Bösmüller-Walter, der das blöd findet. Es gibt immer wieder Bemerkungen zu den Szenen auf der Leinwand. Der Jander Gerhard beteiligt sich da auch. Als sich der Lipperl trotz Rauchverbot einer Zigarette anzündet, sagt der Jander nichts mehr. Die anderen auch nicht. Sie warten auf den schimpfenden Billedeur. Es kommt aber niemand. Rehak schiebt seine Füße zu den Füßen der Stella. Kommt aber vor Ende des Films nicht an. Vera liegt auf dem Rücken in der Matratzengrube ihres Bettes. Ich habe zu viel zugenommen, sagt sie. Wer sagt das, fragt Jander. Niemand, ich glaube es. Wahrscheinlich sind es drei, sagt Jander. Was? Drei Kinder. Am nächsten Morgen ist Gregora nicht da. Die Gretel hat auch keinen bestimmten Verdacht. Sie weiß nur, dass Gregora in den beiden Jahren, die er bis jetzt beim Neuhauser und Wimmer gewesen ist, immer pünktlich war. Jander zeigt der Gretel ein Antragsformular für das Volksbegehren. Sie liest, bewegt die Lippen dabei und unterschreibt. Jander hat trotzdem das Gefühl, dass sie skeptisch ist. Sie müssen nicht unterschreiben, sagt er, wenn sie nicht ganz dafür sind. Bin ich ja, sagt sie. Aber in der Firma passiert mir zu wenig. Was ist denn nicht in Ordnung, will Jander wissen. Da kommen sie noch drauf, sagt sie nur und grinst. Haben sie noch gar nichts bemerkt? Doch, behauptet Jander und nickt. Und was? Die Unübersichtlichkeit, sagt Jander. Die Unübersichtlichkeit in der Firma ist mir gleich aufgefallen. Es gibt so viele verschiedene Abteilungen, noch dazu in verschiedenen Bezirken. Da gibt es kaum Kontakt. Die Arbeiter meckern über die Angestellten, obwohl sie Angestellte werden wollen. Die Angestellten schimpfen wahrscheinlich auf die Arbeiter. Und die Arbeiter und Angestellten gemeinsam sind nicht besonders, auf die Lehrlinge im Betrieb zu sprechen. Ich habe das Gefühl, der Betriebsrat macht da gar nichts dagegen. Der ist womöglich froh, dass nicht auf die Geschäftsführung geschimpft wird. Oder irre ich mich? Ich habe nichts gesagt, antwortet die Gretel und füllt Janders Kaffeeschale ein. Als um acht Janders Beifahrer noch nicht eingetroffen ist, will Herr Hammer, dass Jander die überschüssige Holzwolle mit dem Transit-Lkw zur nächsten Müllverbrennungsanlage schafft. Die Müllverbrennung und das dazugehörige Fernheizwerk sind eingezäunt. Jander muss zunächst mit dem Auto auf eine Brückenwaage. Der Angestellte im Glashaus neben der Waage deutet Jander nach wenigen Sekunden, dass er weiterfahren darf. Jander muss mit dem Wagen wieder einmal rückwärts fahren, als beim Abgrund ein Platz frei wird, wo der Müll etwa 15 Meter, fast senkrecht, hinuntergekippt wird. Jander wagt sich nicht ganz hin, weil er sich in Gedanken bereits samt Auto in die Verbrennungsanlage boltern sieht. Der Transit schaut neben den Lastwagen der städtischen Müllabfuhr wie ein Zwerg aus. Jander befördert die staubende Holzwolle mit einer Schneeschaufel in die Mistschlucht. Jander wird schwindlig, obwohl er konsequent ins Wageninnere und nicht hinunterschaut. Der Chauffeur eines Müllwagens beobachtet Jander. Nur keine Angst, sagt er auch muntern, weil er bemerkt, dass sich Jander der Schwelle des Abgrunds nicht ganz nähert. Höchstens einer, sagt er, fällt drei Monate hinunter und diesen Monat ist schon einer abgestürzt. Dieser Hinweis auf die nach der Statistik gar nicht so schlechten Chancen helfen Jander trotzdem nicht. Dann muss Jander mit dem Transit wieder auf die Waage, vor der Waage herunter und zu Fuß zum Angestellten ins Glashaus. Die Rechnung macht zehn Schilling aus. Der Angestellte sagt, was hatten sie geladen? Luft, Luft. Obwohl es sehr zeitig ist, muss Vera warten. Der Gang vor den beiden Eingängern zur schwangeren Ambulanz und der Anmeldung ist überfüllt. Vera kommt mit einigen Kolleginnen ins Reden. Das Krankenhaus, vor allem die Frauenabteilung, hat einen guten Ruf. Eine blonde Frau zeigt Vera die heutige Zeitung, in der ein Porträt des Vorstands der Frauenabteilung abgedruckt wird. Die Zeitung bringt täglich ein Porträt eines prominenten Österreichers. Der Vorstand, Prof. Dr. Hevera, meint an einer Stelle, die größte Freude macht es mir, wenn ich einer jungen Mutter, die ursprünglich wegen einer Abtreibung im Sinne der Fristenlösung zu uns gekommen ist, ein eben geborenes, gesundes Kind hinhalten kann. Idiot, denkt Vera. Zu der Zeitungsbesitzerin sagt Vera lieber nichts. Der untersuchende Arzt findet auch, dass Vera zu dick ist. Er horcht eine Weile an Verras Bauch und will sie zum Ultraschall weiterschicken. Vorher fragt sie noch, ob er auch glaubt, dass das Gewächs am Gebärmutterhals sofort entfernt werden muss. Der Arzt findet kein Gewächs. Vera hat den Verdacht, ihr Frauenarzt wollte sich nur das Honorar aufbessern. Vor der Ultraschalluntersuchung muss jede Frau, wenn sie noch nicht im letzten Schwangerschaftsmonat ist, drei bis fünf Gläser Wasser trinken. Eine volle Blase ist wichtig, erklärt eine Schwester. In der Ambulanz war die leere Blase wichtig, weil eine Harnuntersuchung gemacht wird. Nach dem Wassertrinken, Vera schafft vier Gläser, zieht sich die Zeit besonders. Jede, die aus dem Untersuchungsraum kommt, stürzt gleich ins Klo vis-à-vis. Das regelmäßige Geräusch der Spülung ist kaum auszuhalten. Nach weiteren zwei Stunden, der Schmerz ist jetzt schon im ganzen Bauch, kommt Vera dran. Auf einer Untersuchungsbritsche wird Veras Bauch eingepinselt. Dann kommt ein Arzt. Aha, sagt er. Verdacht auf Gemini. Was? Verdacht auf Zwillinge, erklärt er. Der Arzt tastet mit einem Gerät, das an einem schwenkbaren Galgen, wie beim Zahnarzt befestigt ist, Veras Bauch ab. Vera hört Geräusche. Herzstöne, redet sie sich ein. Auf dem Bildschirm kann sie nichts sehen. Es sind wirklich zwei, sagt der Arzt. Gratulation. Und was ist das? Fragt eine junge Schwester. Ist das womöglich noch ein drittes Kind? Nur ein Schatten, beruhigt der Arzt. Vera hat sich auf die Seite gedreht, weil ihr in der Rückenlage übel wird. Die Schwester stützt Vera beim Aufstehen und hilft ihr beim Anziehen. Rehak. Im Umkleideraum zeigt der Rudi, der schon im blauen Arbeitsdress ist, Nasentropfenfläschchen, die leer sind. Er lacht dabei. Der Lipperl begreift genauso wenig wie Rehak. Das Glasdach, sagt der Rudi. Es regnet. Rehak beginnt zu kapieren. Keine schlechte Idee, sagt er. Jeder bekommt ein Fläschchen, das im Waschraum mit Wasser gefüllt wird, und eine Pipette. In der Werkstätte spritzen sie dann den Meister und den Betriebsobmann Horvath, der seinen monatlichen Rundgang absolviert, von hinten an. Dann schauen sie mit erstauntem Gesicht zum Glasdach, das über der Werkstatt ist. Gerade wegen des Glasdaches gelten die Bedingungen für Lehrlinge als ausgezeichnet. Das Dach wird kaputt sein, sagt der Rudi, und dreht sich schnell weg, weil er grinsen muss. Nach ein paar weiteren Spritzern glaubt der Meister und der Betriebsobmann wirklich an ein kaputtes Dach. Der Horvath will dafür sorgen, dass das Glasdach überprüft und repariert wird. Kurz vor der Mittagssirene wird der Leo in das Bürogebäude geholt. In der Mittagspause erzählt er, was los war. Der stellvertretende Direktor Rapp hat gesagt, dass sich etliche Kollegen über die Unterschriftensammlung für das Volksbegehren beschwert hätten. Der Leo habe das künftig zu unterlassen. Auf den Einwand, die Unterschriften nur vor der Arbeitszeit und in den Arbeitspausen gesammelt zu haben, ist der Direktor gar nicht eingegangen. Er hat die Unterschriftensammlung einfach als Belästigung für die Kollegen bezeichnet. Der Betriebsratsobmann und der Jugendbeirat seien zudem auch nicht informiert worden. Rehak glaubt nicht, dass sich wirklich Kollegen beschwert haben. Der Leo erzählt dann, dass ihn heute Morgen zwei Arbeiter aus der Mopedwerkstatt aufgehalten und bereits unterschriebene Antragsformulare abgenommen haben. Allerdings nur die, die er heute in der Früh im Umkleideraum bekommen hat. Vier oder fünf müssen es gewesen sein. Um zehn ist Jan da wieder in der Firma. Gregora ist immer noch nicht eingetroffen, hat aber angerufen. Der kommt überhaupt nicht mehr, sagt Herr Hammertl. Der muss eine Goldgrube gefunden haben, sagte Gretl. Bei uns war der nur feig. Greiber, der bisherige 2CV-Chauffeur, übernimmt jetzt den Transit-Lkw, weil er leichter, nach Hermann Hammertls Meinung, ohne Mitfahrer auskommt. Jander wird in den 2CV gesetzt. Seine Aufgabe ist es heute, Autozubehöre und Ersatzteile bei kleinen Firmen abzuholen. Wischerblätter, Tachometer, Tourenzähler, Gasstoßdämpfer. Herr Hammertl reicht Jander 60 Schilling. Jander soll sich damit ein Adressenverzeichnis der Stadt kaufen. Die vorgeschriebenen Fahrten nehmen nicht allzu viel Zeit in Anspruch. Jander kann sogar über eine Stunde Mittagspause in der Wohnung machen. In der Küche findet er einen Zettel, auf den Vera Gemini geschrieben und zwei Rufzeichen gemacht hat. Jander schreibt darunter Cap Canaveral und macht zwei Fragezeichen. Nach 3 bringt Jander Pagete zur Post. Danach wird die Verschickung per Bahn erledigt. Der Chauffeur, der den Transitbus fährt, bringt Pagete zum Westbahnhof. Kreiber zum Franzioses Bahnhof. Jander soll zum Südbahnhof. Kreiber ist sauer, weil bisher immer er die Pagete zum Südbahnhof gebracht hat. Er wohnt da gleich in der Nähe. Für den Franzioses Bahnhof gibt es doppelt so viel Pagete. Herr Hammerl macht Kreiber darauf aufmerksam, dass er so problemlos zu einer Überstunde täglich kommt. Scheiß drauf, sagt Kreiber, aber leise. Beim Schalter auf dem Südbahnhof drängen und schwindeln sich ein paar vor, was von den Beamten geduldet wird. Zu einem Aufgabeschein fehlt Jander das Paket. Er nimmt den Schein wieder mit. Den Autoschlüssel wirft er in der Zentrale wie jeden Tag durch den Briefschlitz. Es ist nach wie vor ziemlich kalt. Ein Darockabend beim Edinger. Vera ist nicht dabei. Rürich hat heute eine seiner Mädchen mit. Das linke Bein hat sie gefatscht. Den Mund macht sie nicht auf. Jander hat erzählt, dass Vera Zwillinge erwartet. Darauf hat er fast mit jedem anstoßen müssen. Jander erzählt auch, dass ihm heute ein Elektriker vom Betrieb gefragt hat, ob er in der Fußballmannschaft mitspielen will. Du hast doch zwei linke Füße, sagt Fritz. Das habe ich dem Elektriker auch gesagt, antwortet Jander. Die Fußballmannschaft von Neuhauser und Wimmer steigt gelegentlich von der dritten in die zweite Klasse auf. Um ein Jahr später wieder in der dritten Klasse weiterzuspielen. Neben dem Betriebsdor sind auf einer Tafel freie schwarze Felder, auf die dann jede Woche mit Kreide die Berufe geschrieben werden, die bei Neuhauser und Wimmer gebraucht werden. Schlosser, Elektriker, Chauffeure. Die Berufe wechseln. Im untersten Feld ist das Wort Hilfsarbeiter mit weißem Lack hingepinselt worden. Vielleicht sollten sie auch einmal Fußballer hinschreiben, denkt Jander. Das Paket hat Jander gestern nicht im Backraum vergessen. Es muss ihm auf dem Bahnhof gestohlen worden sein. Herr Hammerl brüllt, droht mit dem Personalchef und will Jander den Verlust der Firma vom ersten Lohn abziehen lassen. Jander sagt, dass er seine Augen nicht überall gleichzeitig haben kann. Die meisten Firmen schicken zwei Leute zur Paketaufgabe. Einer steht mit den Scheinern beim Schalter, der zweite bleibt bei den Paketen. Jander fühlt sich nicht verantwortlich für das verschwundene Paket. Dann sitzt Jander wieder im 2CV. Ein paar Adressen sind neu. Die meisten kennt er von gestern. Nach zwei Kilometern etwa beginnt es im Motor des 2CV zu klingeln. Dann stirbt der Motor ab und Jander kann gerade noch mit dem letzten Schwung zum Gehsteigrand lenken. Der Wagen springt nicht mehr an. Von einem Strickwarengeschäft ruft Jander Herrn Hammerl an, der gleich wieder eine kreischende Stimme hat. Nach einer Stunde ist Greiber da. Rollt der Wagen noch, will er wissen? Jander hat keine Ahnung. Greiber legt den Leerlauf ein und versucht den Wagen zu schieben. Er lässt sich bewegen. Greiber öffnet nach drei vergeblichen Startversuchen die Motorhaube und zieht den Ölmessstab heraus. Kein Tropfen Öl drinnen, sagt er. Ein Kolbenreiber. Jander spürt einen plötzlichen Stich im Bauch. Er will Greiber einreden, sie könnten bei der nächsten Tankstelle Öl nachfüllen, damit er keinen Ärger mit der Firma bekommt. Bist du verrückt, sagt Greiber. Das machen wir bestimmt nicht. Jander zuckt hilflos die Schultern. Greiber war erst am letzten Freitag bei der von der Firma vorgeschriebenen Tankstelle. Da ist Motoröl nachgefüllt worden. Das lässt sich beweisen. Die Trottel sollen die Autos einmal ordentlich reparieren lassen, schimpft Greiber. Jedes Service versäumt die. Er hängt jetzt den 2CV an den Transit an. Jander setzt sich in den 2CV. Greiber fährt langsam an. Als er das erste Mal bremst, rollt Jander beinahe auf den Transit auf, weil beide Bremslichter des Transit nicht funktionieren. Greiber bemerkt das nicht und gibt wieder Gas. Das Seil reißt ab, weil Jander noch auf der Bremse steht. Greiber kommt zu Janders Seitenfenster gelaufen. Jander zeigt auf die Bremslichter des kleinen Lastwagens. Greiber schreit, Dreckkisten, alles Dreckkisten. Der 2CV wird dann doch zu der Werkstätte geschleppt, in der Neuhauser und Wimmer immer nur die unbedingt notwendigen Reparaturen durchführen lassen. Wenn Greiber auf die Bremse steigt, hebt er die rechte Hand, was Jander im Zitrönen sehen kann. Die Plane des Transits ist hochgezogen. Herr Hammerl erwartet die beiden schon in der Tür zum Backraum. Hinter ihm steht Herr Neuhauser, der immerhin die halbe Firma ist. Herr Hammerl brüllt sofort wieder los. Der Werkstättenleiter hat bereits angerufen und mitgeteilt, dass der Motor des 2CV kaputt ist. Was haben Sie uns zu sagen, fragt Direktor Neuhauser ruhig. Nichts, mischt sich Greiber aufgeregt ein. Jetzt werden einmal Sie etwas sagen. Ich fahre mit dem Transit jedenfalls keinen Meter mehr, bevor nicht alle, aber wirklich alle Reparaturen durchgeführt worden sind. Jetzt ist Schluss mit den alten Kübeln. Der dritte Chauffeur, der dazukommt, weigert sich ebenfalls, mit dem Transitbus weiterzufahren. Den brauchen Sie nicht mehr zu reparieren. Der ist nicht mehr zu retten, sagt er. Die Reifen sind auch abgefahren. Jander selber weiß, dass die Bodenplatte an mehreren Stellen durchgerostet ist. Da sind nur Pappstücke darüber gelegt worden. Die Fußbremse funktioniert nicht immer. Herr Hammerl tobt. Greiber sagt, gusch. Mit der Schreierei ist jetzt auch Schluss. Direktor Neuhauser droht, etwas leiser, mit sofortigen Kündigungen. Sie können keinem drohen, sagt Greiber. Wir drohen hier. Wir könnten die Anzeige wegen der desolaten Firmenautos machen. Wir warten nicht geduldig auf den ersten Unfall. Die Gretel steht jetzt in der Tür. Die Packerinnen und Lagerarbeiter unterbrechen ihre Arbeit, bis die Situation geklärt ist. Die Entscheidungen fallen darauf sehr schnell. Greiber und der andere Chauffeur fahren vorerst mit ihren überprüften, Privatautos für die Firma und erhalten Kilometergeld. Jander holt die Ersatzteile in den nächsten Tagen mit einem fast neuen Moped. Der Transitbus wird abgemeldet. Die beiden anderen Autos werden komplett renoviert. Direktor Neuhauser kündigt den Kauf eines neuen Lastwagens an. Greiber bedankt sich dann bei der Gretel, die die Arbeiter im Lager zur Arbeitsunterbrechung aufgefordert hat. Das nächste Mal wieder, sagt die Gretel. Herr Hammerl ist hinter Neuhauser die Treppe hinaufgegangen. Jander Aufgeregt bin ich gewesen. Die ganze Zeit viel zu aufgeregt. Ich hätte selber kein Wort herausgebracht. Dem Greiber hätte ich das alles gar nicht zugetraut. Nicht einmal seinen Namen habe ich bis gestern genau gewusst. Daheim bei der Vera gebe ich mit dem heutigen Vorfall richtig an. Irgendwie bin ich stolz, nicht auf mich, auf uns. Aufenthalt Im Haus riecht es ausnahmsweise nicht nach dem modrigen Keller. Es riecht nach Schliekowicz. Das sind die Jugoslawen im Mezzanin, sagt ein Hausbewohner, der selber eine Bierfahne hat. Die machen alles mit Schliekowicz. Den Salat, die Suppen, den Boden waschen sie noch damit auf. Heute ist der festgesetzte Tag. Hochzeit, kurz vor zwölf. Vera flüstert Jander zu, dass der Standesbeamte der gleiche ist, der sie schon einmal verheiratet hat. Sie fängt zu kichern an. Janders Unterschrift ist dem Standesbeamten nicht recht, weil Jander einen zweiten Vornamen, der nur auf dem Geburtsschein steht, nicht in die vorgeschriebene Zeile hingeschrieben hat. Der Beamte macht ein Auslassungszeichen wie ein Deutschlehrer und Jander schreibt seinen Ersatzvornamen darüber. Der Standesbeamte erklärt Vera und Jander für verheiratet, bedauert, dass er keine Rede zum Besten geben darf und wünscht ihnen schließlich trotzdem, was sie sich selber wünschen. Die Trauzeugen, die Vera auf der Straße angesprochen hat, bekommen beide 50 Schilling. Die ältere Frau, die neben Vera gestanden ist, hat laut geweint. Das Fest findet daheim statt. Rehak. Am Montag ist Berufsschule. Sechs Stunden. Der Trager bringt am Abend zum Edinger zwei Mädchen mit, die er in der Straßenbahn getroffen und angeredet hat. Sie sind sich noch nicht klar darüber, ob bei denen was hineingeht. Einfach wird es nicht sein, sagt der Rudi, der den Fachmann spielt. Der Bösmüller-Walter ist mit der Stelle im neuen James Bond. Der Leo kommt als letzter. Der Rürig begrüßt ihn laut. Servus Russ, was macht die Partei? Um zehn schmeißt der Trager vor dem Lokal den Lippel samt seinem Moped um. Typisch, sagt der Leo. Wir machen uns hier selber fertig oder regen uns über blödsinnige Sachen auf. Was für blödsinnige Sachen, kneift der Trager an Hermann, der den Lippel mit einer Hand auf die Fahrbahn drückt. Wenn zwei Kugeln zu wenig im Fußballautomaten sind. Und? Wenn der Royal Guard oder der Mary Widow nicht will. Und? Über die Pensionisten im Auge hatten. Und? Das reicht ja. Jander. Die Vera hat es gesagt und ich glaube, es stimmt wirklich. Ich bin nicht mehr ganz gleichgültig. Ich habe nicht mehr das Gefühl, alles aushalten zu müssen. Vera bestimmt nicht. Aber auch die Arbeit nicht. Obwohl die immer noch keinen Spaß macht. Wir reden jetzt viel. Sind lange auf. Vera kann nächtelang nicht schlafen. Hat Krämpfe in den Beinen und Armen. Die Kinder im Bauch bewegen sich. Das Rechte ist energischer, behauptet Vera. In absehbarer Zeit kommen Jander und Vera nicht aus der Wohnung weg. Vera will deswegen das Zimmer herrichten. Selber herrichten, tapezieren, Möbel umstellen, die Tür und Fensterrahmen streichen. Jander ist nicht gleich dafür, weil er das Gefühl hat, dass dadurch ihr derzeitiger Aufenthalt eher zementiert wird. Beim Aussuchen der Tapeten geht er nur widerwillig mit, trifft aber dann doch die Entscheidung für eine einfärbige Tapete mit leichtem Relief. Zuerst macht ihm das Tapezieren Spaß, dann muss Vera die Arbeit fertig machen, während sich Jander auf ein kleines Buchregal konzentriert, obwohl sie beide nur ein paar Bücher besitzen. Von einer Buchgemeinschaft, in die Vera einmal aus Versehen geraten ist. Die Entwurzelten wird sich Jander vielleicht noch holen. Er befestigt die Regale so, dass sich das Buchregal auch woanders leicht aufstehen lässt. Für später denkt er sich, sowieso ein größeres Regal. Beim Lackieren ist Jander für die Tür zuständig. Vera übernimmt die Fensterrahmen, weil sie nicht so oft auf die Glasscheibe patzt. Die Wohnung stinkt eine Woche nach Lack. In der ersten Nacht weichen sie dem Lack in ein Hotelzimmer aus. Trotzdem glaubt Jander, besteht keine Gefahr, diese Wohnung als fertig bezeichnen zu müssen. Unterwegs Jander bleibt auf Dauer Chauffeur. Der, den er zuerst nur vertreten hat, ist nach zwei Monaten Krankenhaus direkt in die Invalidenrente umgestiegen. Jander bleibt der 2CV, der zufriedenstellend repariert worden ist. Einmal ladet er die Gretel und ihren Mann einen Werkzeugschlosser zum Essen in die verbesserte Wohnung ein. Mit der Gretel, findet Jander, kann man sehr gut reden. Vera ist auch dieser Meinung, obwohl ihr mittlerweile fast alles zu anstrengend ist. Hamburger verwendet die gemeinsamen Texte weiter. Offenbar hat er es doch sehr nötig. Einen baute er in ein Theaterstück ein. In einer angeblichen Tatsachenreportage für eine kritische Jugendzeitschrift legt er einem angeblich existierenden Underground-Typ Worte von Jander in den Mund. In der Zeitung liest Jander, dass Hamburger an einem Roman schreibt, über einen Kommuneversuch, an dem Hamburger letztes Jahr persönlich beteiligt war. Vera geht zu den empfohlenen Untersuchungen. Schwangerschaftsgymnastik ist ihr verboten. Mit der Arbeit in der Glasfirma hört sie schon bald auf. In der letzten Woche des 7. Monats wird sie auf der Frauenstation aufgenommen. Sie bekommt Tröpfcheninfusionen, die die zu früher Geburt verhindern sollen. Trotzdem wird sie bereits am 2. Tag im Krankenhaus, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, in den Kreißsaal gebracht. Als der zuständige Arzt eintrifft, ist das erste Baby schon da. Das zweite folgt nach 5 Minuten. Erst nach weiteren 15 Minuten stellt der Arzt fest, dass da noch ein drittes Kind ist. Vera werden die Kinder, die zum Teil mit Sauerstoff beatmet werden, einmal hingeschoben. Der Arzt sagt, sie haben 48.000 Schilling zur Welt gebracht. So hoch ist die Geburtenhilfe für drei Kinder. Zwei Stunden nach der Geburt hängt Vera noch immer an der Infusion, die die Geburt verhindern sollte. Janda kommt zur vorgesehenen Besuchszeit, kann Vera aber im Saal zwei, in dem etwa 30 Frauen liegen, nicht finden. Ihre Frau ist umgelegt worden, sagt eine und grinst. Die Schwestern grinsen auch, schicken Janger einen langen Gang entlang auf Zimmer 1. Die Schwester dort grinst ebenfalls, bevor sie Jander erzählt, dass es drei Kinder sind. Vera liegt jetzt in einem Zweibettzimmer. Die ist umgelegt worden, weil sich Zeitungsfotografen angekündigt haben. Vera kann die Augen kaum offen halten. Die Schwester kommt ins Zimmer und sagt, dass Jander nach der Besuchszeit zum Arzt kommen soll. Zwei Minuten später kommt der Arzt selber, macht ein düsteres Gesicht und teilt flüsternd mit, das dritte Kind ist gestorben. Die Schwester kommt noch einmal, gibt Vera zwei Pulver, die schnell wirken. Die beiden Kinder sind im Brutkasten in einem anderen Spital untergebracht worden. Beim zweiten Kind will die Ärztin vorläufig noch keine Prognose stellen. Vera muss nur fünf Tage im Spital bleiben. Die Kinder, die viel zu klein sind, dürfen nur an den Wochenenden besichtigt werden. Jander kommt jeden Tag um die Mittagszeit für zwei Stunden. Vera wird wieder in den Saal sechs gelegt, weil die Fotografen nach dem Tod des einen Kindes doch nicht kommen werden. Der Meister stellt sich bei der Tafel breitbeinig vor den Lehrlingen auf. Die Hände hält er auf seinen Hüften. Bleibt sitzen, sagt er. Wer von euch hat den Anschlag auf dem schwarzen Brett angebracht? Keiner meldet sich. Ich drücke mich eben verständlicher aus. Wer ist für den Spendenaufruf für die Südamerika-Flüchtlinge verantwortlich? Wir kommen auch so drauf. Eine sofortige Meldung wäre aber ratsam. Leo steht auf. Fast im gleichen Moment steht Fritz auch auf. Du schon wieder, regt sich der Meister über Leo auf. Ihr könnt gleich zum Direktor Rapp marschieren. Zu Leo sagt er, oft wirst du ja nicht mehr hinübergehen müssen. Auf dem Hof will Leo wissen, warum Fritz aufgestanden ist. Er weiß es selbst nicht. Leo stellt keine weiteren Fragen. Fritz versucht sich vorzustellen, was geschehen wäre, wenn vorhin alle aufgestanden wären. Gleich darauf hält er das für kindisch. Warum hätten die anderen aufstehen sollen? Warum ist er aufgestanden? Bei der Sekretärin müssen die beiden ein paar Minuten warten, bis sie hineingerufen werden. Leo setzt sich auf die Lederbank unter das von einem Flugzeug aufgenommene Bild der Werkshalle. Fritz bleibt neben der Bank stehen. Aha, sagt der stellvertretende Direktor, als er Leo sieht und erkennt. Habe ich mir ja fast gedacht, dass du damit von der Partie bist. Aha, sagt auch Direktor Neuhauser, der ebenfalls anwesend ist. Rapps Blick fällt auf Fritz. Wie heißt du? Rehag. Und wie noch? Rehag Fritz. Wie lange bist du schon bei uns? Fragt Direktor Neuhauser weiter. Während der stellvertretende Direktor Rehags Namen in Blockbuchstaben auf ein Blatt Papier schreibt. Das zweite Ja, sagt Fritz. Wessen Idee war das? Will Rapp wissen. Meine, sagt Leo. Wir haben sie gemeinsam gehabt, sagt Fritz. Leo widerspricht nicht. Was habt ihr euch da gedacht? Was kümmern unsere Arbeiter, diese kommunistischen Zigeuner? Da haben die Behörden schon genug Scherrereien. Wir brauchen keine. Sie wissen doch, warum diese Leute geflüchtet sind, sagt Leo. Fritz weiß es allerdings nicht. Er hat nicht einmal den Anschlag auf dem Brett gesehen. Ist mir bekannt, schreit Rapp. Hätten eben lieber nach Kuba gehen sollen, nach Russland oder gleich nach China. Von mir aus. Hier im Betrieb muss Ruhe sein. Wir wollen unsere Ruhe haben, sagt Direktor Neuhauser. Alle. Hat es Unruhe gegeben? Du hältst jetzt den Mund. Rapps Stimme überschlägt sich einmal. Innerhalb von zwei Tagen bist du zum zweiten Mal hier. Ich warne dich zum letzten Mal. Der Betriebsratsobmann will übrigens auch noch ein Wort mit euch reden. Der glaubt auch, dass wir solche Leute wie euch bei uns nicht brauchen können. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr da tut. Nützliche Idioten seid ihr, sonst gar nichts. Leo sagt nichts mehr. Euer Anschlag ist selbstverständlich schon vom schwarzen Brett entfernt worden, sagt Direktor Neuhauser ganz leise, als Fritz und Leo bei der Tür sind. Er zerreißt das Blatt, das Leo beschrieben hat, in kleine Stücke und lässt sie in dem Papierkorb flattern. Auf zum Horvath, sagt Leo auf den Hof. Beim Betriebsratsobmann dürfen die Lehrlinge gleich hinein. Horvath sitzt hinter einem etwas kleineren Schreibtisch, auf dem er aber doch ein Telefon hat. Er sitzt in einem sehr weißen Arbeitsmantel in einem Drehstuhl. Ihr hättet mich vorher informieren müssen, sagt er. Vor allem nach der Geschichte mit dem Volksbegehren von neulich. Es geht nicht an, dass auf unserer Tafel etwas ohne Genehmigung des Betriebsrates gehängt wird. Hätten sie es genehmigt, fragt Leo. Nein, gewiss nicht. Euer Anschlag dient doch eindeutig betriebsfremdem Zweck. Unsere Kollegen haben andere, wichtige Interessen. Auf jeden Fall haben sie keinerlei Interesse an irgendwelchen dubiosen Hilfsaktionen. Sie sind also gegen die Hilfsaktion. Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber sie hat hier, hier bei uns, nichts verloren. Das müsste doch zu verstehen sein. Alles an seinem Platz. Wir haben hier im Betrieb, das kann ich als Obmann des Betriebsrates offen sagen, in den letzten Jahren ein wirklich gutes Einvernehmen mit der Firmenleitung gehabt. Wir sind mit unseren Forderungen nicht auf Taubeohren bei der Leitung des Unternehmens gestoßen. Unsinn, sagt Leo. Der Durchschnittslohn bei Neuhauser und Wimmer ist um fast drei Schilling in der Stunde niedriger als im vergleichbaren anderen Betrieben. Der Betriebsratsobmann ist im ersten Augenblick überrascht. Mit Leos Informiertheit hat er nicht gerechnet. Wir haben, erinnere dich bitte, erst im April eine außerdurliche Erhöhung von zweieinhalb Prozent durchgesetzt. Die Teuerung ist in den letzten Monaten fast nie unter acht Prozent gewesen. Wir können aber auch über die Lehrlingsentschädigungen reden, die nicht erhöht worden sind. In den Inseraten, in denen um Lehrlinge geworben wird, heißt es erstklassige Ausbildung und überdurchschnittliche Bezahlung. Die gezahlte Lehrlingsentschädigung entspricht aber der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestsentschädigung. Ja, unterbricht Horvath, ich gebe dir ja recht. Aber du musst doch sehen, dass wir dauernd in Verhandlungen stehen. Auch jetzt, durch solche lächerliche, isolierte Aktionen, wird unser Verhältnis zur Geschäftsführung gestört. So werden Konflikte verursacht, die für nichts, aber auch schon für gar nichts gut sind. Der Betriebsratsobmann lässt Leon nicht mehr zu Wort kommen. Er verlässt zugleich mit den Lehrlingen sein Zimmer, versperrt es und geht über den Parkplatz für die Fahrzeuge der Angestellten zum Direktionsgebäude. So ein blöder Hund, sagt Fritz, der redet, als ob er der Direktor hier wäre. Drinnen ist Fritz vollkommen stumm gewesen. Leo ist es jetzt. Fritz schimpft weiter und macht unwillkürlich eine Faust. Steck sie ein, sagt Leo. Fritz fragt ihm, was er mit dem Anschlag auf dem schwarzen Brett bezweckt hatte. Leo erklärt es. Janda bremst den 2. V. neben den beiden ab und öffnet die Tür. Na, sagt er, wieder gerückt worden. Nach dem zweiten Besuch bei Vera, bei dem Janda die Blumen nicht vergessen hat, sitzt Janda stundenlang bei der Gretel und ihrem Mann im Wohnzimmer. Sie reden über die Aktion für Chile-Flüchtlinge, die Leo organisiert hat. Mittlerweile hängen ähnliche Zettel in beiden Werkhallen, in der Moped-Werkstätte und im Backraum im Zentrum. Um neun geht Janda, sitzt noch zwei Stunden in einem Kaffeehaus. Er schickt jeden weg, der sich an seinem Tisch setzen will. Nach elf stolpert er aus dem Lokal. Eine Prostituierte bleibt vor ihm stehen. Janda erkennt sie nicht gleich. Es ist Lutschmiller mit jetzt schwarzen Haaren. Machen wir was, sagt sie, oder willst du lieber mit ihr? Sie zeigt auf eine Dicke, von der aus der Entfernung nur das grüne Kleid und der lila Lippenstift mitten im Gesicht erkennbar ist. Janda lehnt ab. Dann schleicht dich, sagt Lutschmiller, dreht ihr Gesicht weg und geht auf die andere Straßenseite zurück, ins Dunkel, neben den Hotelleingang. Zwei Ausländer in fast weißen Anzügen gehen vorbei und biegen in die nächste Seitengasse ein. Weißt du, was für schöne Zimmer, die da drüben im Hotel haben, sagt eine mit slawischem Akzent, im violetten Anorak und verdecktem hellblauen Rock, ungefähr 30. Weiß ich nicht, sagt Janda. Ich kann es dir ja zeigen. Sie nennt ihren Preis und den Preis, den Janda für das Zimmer im Hotel zu bezahlen hat. Er versucht zu überlegen, während sie ihn über die Straße schiebt. Das schöne Zimmer ist klein und mit einer grünen Jalousie nach außen abgesichert. Ein Licht klebt mitten auf der Decke. Es riecht nach Erbrochenem. Das Bett ist voll mit Flecken. Ein Polster liegt darauf, sonst ist er nur mehr eine Waschmuschel, ein Abfallkügel mit Pedal und eine Kleidablage neben der Tür. Beim Bett steht ein runder Tisch. Zahl lieber gleich, sagt sie, während sie die Tür absperrt. Du schaust so verloren aus. Da weiß man nie, weißt du? Janda gibt ihr den vorher genannten Betrag. Sie steckt das Geld in die Handtasche. Janda versucht sich auszuziehen. Sie sagt, genügt, wenn du die Hose runterziehst. Janda hat seine Jacke hingeengt, neben ihren Anorak. Janda weiß nicht weiter, setzt sich auf die Bettkante und fängt an, seine Schuhe aufzuschnüren. Sie legt ihre Unterhose auf den Tisch, dann rollt sie Janda einen Gummi mit roter Aufschrift der Erzeugerfirma über. Der Raum lässt, wie es zu erwarten war, keine Illusion zu. Das kommt öfter vor, sagt sie, mit einem beiläufigen Blick auf Jandars runzeliges Etwas. Leg dich her, immerhin hast du ja bezahlt. Sie zieht Janda die Hose noch weiter nach unten, bis zu den Knien. Sie macht das Janda mit der rechten Hand, bis er sich halbwegs in der Lage fühlt. Von der Seite, sagt er. Von vorne, sagt sie, ganz normal. Bevor es richtig begonnen hat, ist es am Ende. Sie hat die wenigen Sekunden ihren Kopf möglichst weit weggedreht. Jetzt rutscht sie unter Janda weg, geht zur Waschmuschel, spritzt sich drei- oder viermal mit der linken Hand in den Hintern. Janda sitzt wieder auf der Bettkante und verschnürt die Schuhe. Den Gummi wirft er rein, sagt sie, und zeigt auf den Abfallkübel, bevor sie in ihre Unterhose steigt. Kannst du ihm aber auch gerne als Souvenir behalten. Janda hat nicht die Absicht und wirft ihn zu den zahlreichen anderen, die schon im Kübel liegen. Sie dreht den Schlüssel um und geht. Janda macht die Hose zu, wäscht sich die Hände, ohne zu überlegen, warum er sich die Hände wäscht. Den Mantel nimmt Janda unter den Arm. Beim Verlassen stößt er auf ein schwarz-weiß gekleidetes Stubenmädchen, das wahrscheinlich die Aufgabe hat, den Polster wieder zurechtzurücken. Als Janda aus dem Hotel kommt, steht sie schon drüben bei zwei anderen Prostituierten. Sie bemerkt ihn nicht oder sie beachtet ihn nicht. Er würde sie möglicherweise nicht einmal wiedererkennen, denkt Janda. Lutzschmiller zieht einen Fremdarbeiter am Schal die Stiegen zum Hotel hinauf. Komm, schweif, sagt sie. Janda ruft die Religionslehrerin an, deren Nummer Janda immer noch im Kopf hat. Sie ist daheim und legt nicht auf, als sie merkt, dass Janda am Apparat ist. Sie arbeitet jetzt wieder als Lehrerin, sagt sie. Immer noch Religion, sagt sie. Janda fragt sie, ob sie letztes Jahr wirklich ein Kind erwartet hat. Sie sagt ja. Mitten in einem Satz von Janda sind die zwei Minuten um. Ein zweites Mal ruft Janda nicht an. Janda geht zurück in die Gasse, in der er heute schon gewesen ist. Janda erkennt die Prostituierte doch wieder. Am Anorak, nicht am Gesicht. Was ist, sagt sie. Willst du noch einmal? Ja, sagt Janda und muss froh sein, dass er sich noch auf den Beinen halten kann. Sie lacht und sagt, du spinnst ja komplett. Die Entlassung Veras. Janda holt sie mit dem Firmenauto ab. Er fährt mit ihr gleich in das Spital, in dem die Babys untergebracht sind. Vera will unbedingt die Ärztin sprechen. Die Aussichten für das zweite Kind, das schlecht atmet, sind noch immer nicht gut. Aber besser. Janda. Was geschieht? Ich lebe. Ich habe keine zahnärztlich kontrollierten Zähne. Ich habe überhaupt keinen Arzt. Meine Mahlzeiten sind unregelmäßig. Die eigenen vier Wände fallen mir nicht auf den Kopf. Ich bin am Leben. Immerhin. Im April werde ich 34. Rehak. Der Edinger hat wegen eines Todesfalles in seiner näheren Verwandtschaft einen Tag gesperrt. Sie müssen also zum Günzel, wo der Leo Lokalverbot hat. Die beiden Mädchen, die der Lippertl vor kurzem einmal angeschleppt hat, sind auch da. Die größere hat einen engen Rock. Der Bösmüller rückt nicht von ihr weg, obwohl die Stelle dabei sitzt. Um die er sich nur durch Getränkebestellungen kümmert. Diesmal kommt Rehak mit seinen Füßen an. Sie zieht ihre nicht weg. Schließlich schreit sie los, brüllt den Bösmüller Walter an, als soll endlich abhauen, aber schnell. Sie hat keine Lust, neben ihm zu hocken, wenn er kein Interesse an ihr hat. Der Bösmüller nimmt sie beim Wort, steht auf und hilft der Blonden, das ist die größere, in ihre Weste. Er geht wirklich. Das zweite Mädchen bleibt. Die Stelle fängt, kaum ist der Bösmüller weg, zu heulen an. Nach ein paar Minuten geht sie aufs Klo und Rehak geht hinter ihr her. Als sie wieder herauskommt, zieht er sie ins Männerklo und sperrt hinter ihnen ab. Sie steht zwischen der Muschel und ihm. Es geht alles ganz leicht, obwohl sie noch immer wie ein Schlosshund heult. Das erste Baby wird entlassen. Das andere muss noch mindestens drei Wochen im Spital bleiben. Das Baby ist in einer rosa Decke, ein Geschenk der Stadt, gewickelt. In der Wohnung legt Janda, das schlafende Kind, auf das Bett. Vera setzt sich auf den einzigen Sessel im Zimmer. Sie liegt fast auf dem Sessel, weil ihr das aufrechte Sitzen nach wie vor schwer fällt. Janda setzt sich nach wenigen Minuten beinahe auf das Kind. Er bleibt, er will bleiben. Im Moment hat er keine Angst. Oder nicht viel. Der Autor Helmut Senker 1949 bis 2003 Seit 1973 freier Schriftsteller, seit 1989 auch Regisseur. Romane, Theater, Kinderbücher, Lyrik, Drehbücher, Comedy, Essays, Comics, Lieder. Seine Bücher sind in 23 Sprachen erschienen. Mitbegründer der Literaturzeitschrift Westmündnest 1969. Zahlreiche Literaturpreise, TV- und Filmpreise für Kottern ermittelt und Doho Wapuhu. Unter anderem Goldene Kamera, Adolf-Krimme-Preis, Preis der Berliner Filmfestspiele, UNESCO-Preis, Romy, New York Video Award, alle Drehbücher für Kottern ermittelt, ORF und ORF-ZDF 1976 bis 1983. Und für Doho Wapuhu, ORF und ORF-BR 1990 bis 1998. Auch Regie, Schnitt. Zahlreiche Fernsehspiele, Drehbücher für 9, Kinofilme, 15 Hörspiele, zum Teil mit Gernot Wolfgruber. Lieder, Texte und Arrangements für diverse Pop-Produktionen. 1984 bis 1988 Pop-Literatur und Kabarett-Produktionen für das eigene Label Ron Records. Mit Lukas Resetaritz, Hans Krankel, Kotterns Kapelle und vielen anderen. Helmut Senker war Lastwagenfahrer, Briefträger, Sonderschullehrer in Wien, Mathematik- und Musiklehrer in Tirol. Untertitelung des ZDF, 2020